in den schönen montag noch mit der kurze rauchzeichen und jetzt hat so war das programm bist du ja sieh hier was da ist ja heute bin ich alleine wird mir das nicht kurz anschauen und mir denke komm nächste woche auch wieder nicht dazu lauter traktor machen und reparieren und lackieren und alles mögliche ob ich bloß gott werden so eigentlich jetzt starte ich jetzt ganz kurz an Ich sehe noch eine Wärtschüsse, die Gäden habe ich so umgebracht. Dankeschön für die Links, die zwei, drei, vier, keine Ahnung. Tanja, ho, sehr gut, Tanja. Das ist die Oberbayern-Map. Aber die Multiplayer-Version, schauen wir an, ob es natürlich in Multiplayer starten kann. Ob das da auch funktioniert. Aber werden wir schauen. Aber ich bin in diesem Moment an der Disco, das ist kein Problem von Erika. Es ist kein Problem von Erika. Das ist ein 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 Problem von Erika. Ich mag nicht weggehen. Dann geh es halt nicht weg. Und wird weiter bei euch heim, wenn sich sowas einen Wechsel hat. Sonne, heiß, Schatten, ja, gut geht's mir immer und er müde, aber sonst geht's mir gut. Anja. Wenn wir die letzten, ja, vier Tage noch mehr einen Traktor reparieren, Gewitter habt ihr, ok, nein, das haben wir wenigstens nicht, aber das wäre nicht schlecht, wenn ein bisschen was runterkommen würde. Beim Fahrzeug machen, gestern war ich noch einen kaufen, nein, ok. Warum ist der nicht aufgelobt, hm, also ist der nicht aufgelobt, ah, ja, ist auch interessant, warum die heute nicht aufgelobt ist, aber ist egal, ich weiß nicht mehr, so viel hat's gekriegt, ja, bei uns hat's gar nichts gekriegt, gestern am Abend, ja, bei dem Nachmittag war ein Tropfen, war gerade so, dass der Sand kommt, dass irgendwas ist, sonst ist ja nichts. Krang in die Öffentlichkeit ist ja nichts. Da, ich weiß nicht, was ich jetzt war eigentlich, deutsch, das war eigentlich nicht sehr, wirklich, dass der Sand also war. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Und wo die Fui? Da war eine Scharte. Der Martin ist ein Schmuck, ja. Du bist ein Schmuck. 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 Natürlich, schönen Feiertag, schönen Nachmittag. Dort gar nichts unterwegs, Alex. Gestern habe ich keine Zeit gehabt, da habe ich nichts gesehen, ob ich irgendjemand etwas gemacht habe oder nichts gemacht hat. Da war ich beschäftigt. Der braucht ewig zu nur dann. Ich glaube, man kann ja austauschen. Wahnsinn! Los geht's mir aus,มา los. Die sind in der Luftluke. Er wird in der Luftluke. Ich habe ja Urlaub die Woche, oh, gut glücklicher, ich habe ja auch Urlaub. Samstag, Sonntag, Montag, das muss reichen. Richtig, war das der Samstag, aber wir waren nämlich nicht da, wir waren weg. Vormittag habe ich, meinst du jetzt den Samstag oder den nächsten? Hintergehen wir, Servantin, grüß dich. Alex, welchen Samstag hast du gemeint? Ich habe das irgendwie verschwitzt, aber das war ja glaube ich der 20. herum, oder? Ja, genau, 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 Alex, ja. Alex, da werden wir sich aber diese Woche noch in den Discord zusammenreden, wenn du, weil du aus dem Urlaub hast du gesagt, da werden wir sich noch zusammenreden. Dann werden wir jetzt üppeln zu dir rüber und das gehört, gell, okay? Am 20. oder am 20. Genau, am 20. Ich habe sie da jetzt vorgestellt, ich habe jetzt gerade auf meine Zettel geschaut. Ich habe so einen Zettel stehen gehabt. Da habe ich mir schon gedacht, ich habe was verschwitzt. Moment, um Gottes Willen. Bei uns hat sich nämlich alles um eine Woche alles verschoben, was vorher war, was wir vorher gehabt haben. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Aber jetzt lässt sich alles machen. Es kommt nur darauf an, wenn wir nicht zu zeitig anfangen. Weil die Große tut nämlich übersiedeln am Samstag. Auf das hätte mir nämlich eh gefreut werden. Aber das wird der Alex dann ankündigen, das wird dann wahrscheinlich auf seinem Kanal, oder sprich mit den Titeln, wo er schreibt, wird er das wahrscheinlich eine Woche machen. Ich weiß nicht, wo er das macht. Auf Twitch, er oder auf 19.30 Uhr. Okay, das geht sich sicher auf. Auf Twitch oder auf YouTube. Das weiß ich jetzt nicht, wo er das macht. Jetzt müssen wir nachher reden, aber er schreibt das sicher eine am Samstag. 19.30 Uhr, ich finde es ja gode Vormerken. Es gibt so ein Event. Was ich mich noch gut erinnern kann, hat das irgendwie mit Strohballen zu tragen. Nein, das ist sicher. Meine Lieblingsbeschäftigung, natürlich. Nicht Beschäftigung, sondern das Können, ist die Frage, ja. Wie gesagt, das wird der Alex, der Trieger, sein Kanal, wieder das sicher ankündigen. Ah, Twitch mag das. Okay. Also, wir haben gleich. Gut, gut. Was ich gleich, das ist für den Dinn. Ich komme. Genau. Jetzt. Ich gehe, aber ich gehe. Du kannst ruhig auf Discord zu einem Sprachkanal reinkommen, ist kein Problem. Und kannst es gleich verkünden, was du machen willst, kein Problem damit. Ich bin heute, just for fun, ein bisschen nur da herinnern. Man denkt, ob ich so spüle oder ein bisschen starte, ist mir egal. Ich bin so weit wieder da, gut. Und ich habe das Blöde, der Oberbayern mit, es ist sogar die Bruchzerstörung im Gras. Naja, blöd, finden wir es nicht. Alle Nenzen haben das schon übernommen. Aber was mir gefällt, haben wir einen Bodenwinkel gemacht. Das haben sie sehr gut gemacht. Das ist immer ein großes Plus von meiner Seite. Das ist immer ein großes Plus von meiner Seite. Das ist immer ein großes Plus von meiner Seite. Das ist immer ein großes Plus von meiner Seite. Untertitelung des ZDF, 2020 Mike, was ist mit dir, Maikie? Lange nichts gehört von dir. Ah, ist ein schönes Schau. Na, kommt her, da war es. Anja Feldboma, servus, grüß dich. Auch dir, schönen Eier-Tag. Ja, dann komm, wenn du zu weit bist. Dann komm, einer wächter, der wächter. Ja, ja, reinklicken. Was du wollte rin finden, klicke rein. Malst du das rein? Du musst die Rechte haben. Ja, siehst du, ist ja gegangen. Der war's noch weit größte. Der war's noch weit größte. Ja, ja, ein bisschen Stress genommen. Was hast du für Maisfieber? Jetzt schon, Maisfieber? Ja, Maisfieber, Maisfieber. Dann wird er ein bisschen früher. Ist er bei uns noch nicht so weit? Nein, ein bisschen Stress. Was du ja, wollte mir herrichten, da unten, klar, im 60er-Baujahr. Dann baut wieder. Ja, da wird ja alles zusammenbaut. Und jetzt ringt der andere Simmerring auch. Da haben wir zwar tauschen wollen, aber es hat alles gut ausgeschaut. Der hat neu ausgeschaut. Entweder haben wir ihn beleidigt, warte, dann zwischen den Retriebeln zusammengefahren, oder was, das kann auch sein. Dann haben wir gesagt, er hat noch leicht gewinnt. Ich habe gesagt, aus Ende des 16 Schrauben und von den Leitungen wieder weg und fahren wir ihn wieder schnell zueinander. Jetzt kriegen wir erst morgen dann die Simmerring und verlaut der Frust, oder so angefressen war. Bin ich gleich unten gestern, gewinnt ins Burgenland und haben wir gleich einen zweiten Steuer gehabt. Nicht schlecht. Aber ein bisschen stärker. Wir haben gesagt, ich möchte die Serie komplett haben. Also die 100er Serie, die Jubiläum-Serie, drei haben wir, vier gibt es, einen brauchen wir noch. Aber der 290er ist fast momentan nicht aufzutreiben. Und wenn es einen gibt, erst einmal sind es oft teuer und dermaßen schaut, dass sich das nicht auszutreiben kann. Ja, da steckst du wieder mehr rein, als würde es gut sein. Den sitzt jetzt, ja. Den habe ich jetzt momentan relativ günstig erworben, halt schon so lange nicht mehr geregnet. Ja, bei uns auch nicht. Das ist ja das Problem. Also gekriegt hat es schon. Ja, das war nicht wirklich was. Traumbringend. Nein, es ist zurzeit natürlich. Und wie, ich bin unten gefahren, weil ich Burgenland gefahren bin, eh noch am Neuseltersee vorbei und der hat mir selbst was damals getroffen. Ja, das ist, da siehst du denn die Nachrichten, da ist ja gar nichts, da ist ja absolut gar nichts. Servus Hartl, das ist die jüdige Hartl. Nee, da habe ich gesehen, da ist gar nichts mehr drin. Wer da? Du bist da, ja. Ja, nee, der ist wirklich, der ist wirklich, der ist wirklich, der ist wirklich, komplett, komplett. Fühlt er nein? Fühlt er nein? Wer wieder auf oder das? Nein, kommst du ja nicht. Geht ja gar nicht. Von Neuseltersee, die Tür, also ein Quadratkilometer, der ja groß ist, das geht ja gar nicht, gell. Sie wollen ja, sie wollen ja, sie wollen ja das zusammenbringen, dass von der Donau, äh, von ungrößeren Seiten, aber weil das nicht näher, die Zuleitung kommt, gell. Aber jetzt haben sie die bessere Idee gehabt, jetzt kriegen die Bauern draußen, die Landwirte, gegen Bewässerungsverbot, weil die Äcker schwimmen vor lauter Wasser, ja, und das Grundwasserspiegel geht in Mowen und die müssen ihnen, ja, keine Ahnung, wo soll es bewässern, das noch mehr tun. Und jetzt haben sie gesagt, Ausbewässerung, Ende, mit Spinnersehung, aber das ist die Wahrheit, weißt du was ich meine? Nein, ich denke bei, es regnet, es regnet ja eh da oben, so ist es nicht, aber es wird ja mehr vom Grundwasser vergossen, als wo der da zukommt. Jetzt haben sie ja das auch gerade, das ist ja alles, weil Meckerbluten, ihre Winsen und alles, das ist ja. Die anderen dürfen auch nicht. Nein, wir dürfen auch nicht, also bei uns heißt es ja, wenn es jetzt wieder so heiß wird, wie gesagt, heißt es ja, ich muss raus versparen und bitte nicht viel und nur das Nötigste nehmen und so weiter. Ja, man, weil es regnet auch zu wenig, auch bei uns, wenn es meistens regnet, dann ist es aber bei uns so wenig, dass du es nicht einmal gescheit garten gehen kannst und mit was machen. Das ist leider das Problem sozusagen. Du musst eins rechnen, bei euch unten in der Steuermark war immer schon das Maisanbaugebiet, da wächst ein Schöne, es hat so ein bisschen nasseren Boden und alles bei uns ist es halt das Trockene, für den Weizen, das wird für uns gut. Warum brauche ich dann eine Maisanbauung, genau, Biogasanlage, wo die sind so dran und Ende, das war es mal. Wir haben so ein Weg gehabt. Ja, aber Biogasanlage, das ist momentan noch viel wichtiger als der Regen. Äh, als die Nahrung. Bei Energie und Strom und alles Mögliche, das bringt jeder. Ja, Heitler, aber das, was die Biogasanlagen erzeugen an Strom, mit diesem Aufwand und für diese ganze Förderung, da sind es fünf Windrallen dort oben, da sind gestern, da gibt es immer Wind, sie stengen ja schon mehr als genug und sie treiben mehr davon. Ja, das stimmt, weil wenn es da Richtung, wenn ich da Richtung, wie erst es da auf ist. Aber normalerweise gibt es momentan nichts Besseres, als dass der Biogas passt, weil jeder auf Biogas spekuliert. Ja, weil es die Förderung gibt, okay. Ja, das stimmt auch wieder, das ist der Unterschied. Ja, aber sie werden, was in Österreich machen müssen, weil das mit dem Gas in der Warnung auch knüpft, kostet man. Ja, he? Richtig. Das ist, glaube ich, aber auch wieder ein bisschen Spekuliererei und ein bisschen Angstmacherei, da haben wir gerade her. Aber natürlich, man muss auf etwas umstellen, das hilft ja nicht, weil der ganze Reihe Eben. Das ist besonders nicht. Aber wie gesagt, sie spekulieren ja immer dann, also nicht wie der Hardl sagt, mit Biogas, die anderen sagen, wie der Hebräer mit Windrädern und so weiter. Genau. Weil wie gesagt, bei euch unten geht immer der Wind, das stimmt, das ist wahr, weil wenn ich da ab dem Polndorf Richtung Deutschkreuz um mich war, da geht fast da wieder der Wind, also da ist es fast ein Wind, stimmt. Und da rentieren sie sich wieder die Windräder, das ist klar. Ja. Über das kann ich mal diskutieren und ärgern, was ich will. Jeder hat da andere Meinung, das ist ein politisches Ding, lassen wir das bleiben. Ich bin gegen die Biogasanlagen fertig. Warte, was ich meine, bringt ja bei der Seite nichts. Nein, ist alles in Ordnung. Also da hast du mehr auf Windräder setzen. So ist es, ja. Weil es eh schon so viel gibt. Aber da müssen sie die Hälfte auch dran, weil wir eine Überproduktion haben. super, oder? Und dann brauchen wir noch Biogasanlagen. Dann brauchen wir noch Biogasanlagen. und dann haben wir noch drei von den Karrenschirm. Aber so sind die Politiker, was du? Das ist nicht der Idee. Bei dich kannst du dich noch aufregen, weil was anderes geht in Österreich. Weil siehst du halt, die Lebensmittel sind so teuer worden, dass das, ach, gab es nicht. Das war nicht. Und wegen der verdammten Inflation. Jeder ist so schweine teuer. Bei denen haben wir auch schon, warte mal, da bauen sie sich auch nicht mehr auf den Main nehmen. Ja, das ist glaube ich da, ja. Weil es eh schon überall das gleiche ist, ja. Aber weißt du, das sind so politische Diskussionen im Prinzip das ist. Du kannst endlos diskutieren über das Ganze. Biogas oder nicht Biogas. Klar, die Landwirte und die ganzen, die sagen Biogas beste Jahr. Und warum? Bei uns gibt es auch auch eine Förderung unter vier. Was muss ich mir sagen? Ja, das ist ungescheiter. Bei uns Arbeiter, was machen wir gescheiter, weil die Gewerkschaft, die fordert das jetzt mittlerweile eh schon seit ein paar Jahren, dass sie bei uns auch Fickson machen sollen. Weil wenn ich jetzt Urlaub bin oder krank bin oder sonst irgendwas, dann verlierst du so viel Geld. Das ist, weil die komplette Diäten wegfallen und die Überstunden wegfallen. Das ist sinnvoll. Und das ist, das ist Katastrophe. Weil wenn ich eine Fickson heute habe, so wie es die Gewerkschaftsfahrer von 1.500 Euro, dann ist ja alles in Ordnung. Weil was du überall erhöht hast, egal wo, bei der AMS zurzeit verdienst du am besten, wie es ausschaut. Weil was Leute zurzeit Arbeitslose haben, das ist Katastrophe, weil sie alle Förderungen kriegen und die App drei können ausschalten. Es ist so. aber es ist ernsthaft. Dafür gibt es ja nicht ganz leid momentan. Aber wie gesagt, das ist ja alles eine richtige politische Angelegenheit der Bord. Das ist Katastrophe. Scheiße, bei uns auch so. Ich bin letztens bin ich gefahren, da das Material vom Tag liegen geblieben. Das bin ich am nächsten Tag mit dem Material gefahren, was vom Vortag war. Und das habe ich lag. Und hinter dem Schalter, nicht? Es will keiner mehr arbeiten gehen. Das ist das Problem bei uns. Es will keiner mehr arbeiten. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ausschaut, aber bei uns momentan, ja. Ich weiß nicht, ob die Autopäne draußen suchen, wie bei uns herinnen. Das waren so ein bisschen anders. Also wir brauchen den Fahrer. Das weiß ich. Wir brauchen überall. Hattl, wann fängst du jetzt überhaupt an? Ende August? Wie erstes September? September, ja. So wird es nicht mehr gewusst. Wie wenn das, ja, Verkehrszeichen? Ich weiß, ich weiß halt, dass man, ja, da schwimmen ab und zu Verkehrszeichen. Das wird dann schon gefixt. Aber, äh, ich weiß, dass man für den Windraden, da braucht man ja eine bestimmte Mindestabstand Haltung, äh, auf, auf, auf gewissen Flächen quasi, dass, dass quasi keine Häuser in der Nähe stehen oder sowas, oder dass keine Straße in der Nähe ist und das ist halt bei uns auch gar nicht möglich. Also bei uns würde ja viel nur Wind gehen, aber es ist einfach nicht möglich von diesem Abstand her, weil keiner so große Flächen hat oder keiner sagt, ja, steh ich mir ein Windrader auf meinen Acker. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Und nicht, weil es die Flächen nicht hat. Bei uns stehen saftigen Flächen. Das ist beregnet. Die Wasser, Tirol gibt es keine. Aber das ist ja eine total schöne. Ja, eine Biogasanlage auch. Entschuldigung. Nein, diskutieren. Ja, sieh, sieh, diskutieren wir bitte nicht über das. Ich hab gesagt, das ist politisch. Das bringt einen so nix. Da kommst du nur ins Streiten rein. Weil einer so... Aber was genau findest du jetzt an der Biogas so schlecht? Weil es nur mehr Biogas, Biogas machen, Förderungen, Förderungen, Mais niederhäckseln, statt für die Nahrung zum Verwenden, für das zum Verwenden. Ja, aber wir haben ja keine Nahrung. Jetzt? Ja, okay. Haben wir keine Nahrung. Du ja. Du ja, ja. Und in Afrika verhungerns, okay? Entschuldigung. Das geht dir nix an. Aber das ist das schon so lang so. Ja. Aber wegen dem muss man sich ja nicht da fördern. Aber ob jetzt dann bei uns eine Biogas steht oder nicht und das dann Energie erzeugt von woanders, das ist eigentlich gar nicht so möglich, weil in der Umfassung, das ist schon nochmal ein Unterschied. Und ob ich jetzt weiter abholz und da Brennhilz drausen mache oder Hackschnitzelheizung baue und dann da Hackschnitzel mache, was zum Geld nimmer, das ist ja, das ist ja Kopf viel gesprungen. Ende der Diskussion. Sonst räg ich mich auf. Ja, das ist aber nicht der Grund. Bei so einem Thema kannst du mich zerreißen. Das möchte ich heute nicht rum. Ich hatte schon gestern zerreißen, im privaten Grund. Dann, den habe ich dann rausgeschmissen. Einen war der Onkel, weil er gemeint hat, der muss auch so gescheit sein. Der ist dann geflogen. Der war sehr weit. Der hat schnell ein Heim gehabt, ne? Der hat weit Heim gehabt, aber der ist dann geboren. Ja, der kriegt ja auch jetzt ja. Nein, ich würde einmal sagen. Nein, wir sollten, da kannst diskutieren. Das ist ein Endlosdiskussion. Im Endeffekt hat es ja nichts. Weil, wie du sagst, das ist politisch, bezahlen wir alles und wir machen es auch sowas. Nein, Sascha, das gibt es aber nicht im Mothub. Wo ihr gerade geschaut. Ehrlich? Ja, ihr Partner auch geschaut. Sie ist im Mothub, ja. Die oberen Bayern Mappen im Mothub. Ja. Im Endeffekt 22er. Im Endeffekt 22er? Eben, denken wir ja jetzt. Das ist nicht. Im Endeffekt 22. Im Endeffekt 22. Nein, ich habe es jetzt nämlich vor dem Mothub. Ich habe es jetzt vor dem Mothub gelohnt. Das ist die Multiplayer Map. Ich habe nämlich nicht geschaut. Ich wollte das. Die Vierwels habe ich ameinander gepfiffen. Weil da was nicht funktioniert hat. Das ist nämlich nur für Multiplayer. Jetzt habe ich alle Höfe kaufen können und schauen. Ich wollte jetzt einmal anschauen, ob es funktioniert. Aber in jedem Hof eigentlich, ob es funktioniert uns jetzt wenigstens. Die Tiere auch. Der Vierwels hat eigentlich jetzt kurz angespielt und wollte mir das anschauen einmal. Sascha, ja, ich habe, die gibt es nicht im Mothub. Okay, Servus. Grüß dich, Kai. Die gibt es nicht. Die gibt es im Moth. King Moth. Oder wie es heißt dort? Warte das. Vielleicht gibt es etwas anderes noch. Ich habe es aber gerade dort gefunden heute. Ja, ich schaue gerade noch. Das ist aber die Multiplayer. Das muss ich jetzt auch dazu sagen, was ich da habe. Es muss aber Singleplayer auch geben, oder? Es gibt einen Multiplayer und eine Singleplayer-Version. Genau. Es gibt beide Versionen. Es sind beide Versionen. Es sind beide Versionen. Okay, dann vor Bittenbot, Leute. Und der Hof, ja. Ah, da gehöre ich nicht einmal her. Und der Hof, ja, der ist umgebaut. Ein bisserl noch umgebaut. Nur hinten die Silos habe ich dazugeführt. Schaust, da hinten schaust. Was ich gerade angehebt habe mit Fermentierer, den habe ich reingestellt, gell? Weil alleine ich bin in nichts zu tun. Das ist neugierig, oder ehrlich gesagt. Die Dienste nicht erfüllen, die Distillage, wenn ich eine mache, gell? Jetzt soll ich eigentlich grad und grad immer schauen, ob das alles funktioniert. Geil? Sehr was habe ich gesagt, gell? Ja, genau. Sextanier sagt auch, es gibt Pennen und Fassenlauf. Genauso suche ich mir um die Leute und die Leute. Das habe ich gerade auch vorher gelesen. Ja, nein, es ist leider die Wahrheit. Es ist, glaube ich, überall so, wenn ich sage, dass die Leute am Boden war. Schau mal, bei uns rufen sie an und sagen, ja, ich komme heute nicht. Und dann war der eine Typ jetzt sechs Wochen im Krankenstand. Ich weiß keiner warum, aber er war im Krankenstand. Ich meine, dort von einem wissen wir's, der hat Gürtelzellrose. Gürtelrose, Gürtelrose, nicht Zellrose, sondern Gürtelrose, ja. Ja, oder so ähnlich. Ja, Zellrose ist was, was die zerfließt. Aber Gürtelrose, Gürtelrose ist extrem schön. Das ist ein Ausschlag, der sich in die Gelenke noch einiget. Je nachdem, was du da erwischt. Also da kannst du schon... Mein Ortskollege hat's gehabt, der ist zwei Wochen nur ein Bonkling. Trotz, glaube ich, Morphium oder was der schon bald gehabt hat. Wahnsinn. Ja, er war jetzt, glaube ich, über drei Wochen, glaube ich. Ja, er war über drei Wochen jetzt da im Stand. Weil ich jetzt alleine gefahren bin. Und daher wissen wir's ja, weil die Leute sind immer gekommen. Und jetzt sind welche wieder gekommen, anscheinend. Am Donnerstag sind drei zurückgekommen. Deswegen hab ich frei haben können letzte Woche. Weil ich war dann Donnerstag, Freitag daheim, weil ich absolut nicht mehr gekommen hab. Ich hab zum Arsch gesagt, das geht. Ich kann nicht mehr. Ich fahr so viel für euch, aber jetzt habt ihr meinen Urlaub wieder gestrichen gehabt. Der Urlaub ist wieder flachgefahren. Jetzt hab ich den müssen und zwei Wochen verschieben. Jetzt hab ich recht nicht raus. Nächste Woche Urlaub. Und den anderen Urlaub, den hab ich den müssen und zwei Monate weiter verschieben. Ja, war aber. Ja. Ich hab mir jetzt gar keinen genommen, weil das nächste Wochenende ist das verschwunden geworden. Wir wollten ja das Wochenende weg. Dann ist sie nicht. Das hab ich eh schon erwähnt. Also du weißt nicht. Das weißt. Dann hab ich das bleiben lassen. Da sind mir ein bisschen zu teuer gekommen. Dann ist mir das mit dem Traktor eh inzwischen gekommen mit dem Kaufen. Den hab ich mir eh messen anschauen. Ja, da hat alles gepasst. Dann haben wir das gleich gemacht. Und die Kleine, also die Große, die Große will nächste Woche am Samstag übersiedeln. Jetzt ist das auch da inzwischen. Ja, ist der Wahnsinn. Eh nur. Von oben nach unten. Von oben nach unten. Von oben nach unten. In den Stock. In den Unterstock. Aber trotzdem. Weißt du. Die Leute hast du dann runtergetragen. Ja klar. Dann geht's. Ich muss alles zusammenbauen wieder. Oben das Ding. Und ich unten wieder zusammenbauen die Kästen. Weißt du. Das ist halt auch ein bisschen Aufwand. Alles miteinander. Ja. Warum machst du das? Am Samstag. Wahrscheinlich. Also. Brauchst du Leute zum helfen? Nein. Es geht sowas aus. Alles bei Leute. Da wei einmal. Ich hoff's ja. Ist ja nicht einmal sicher. Wenn man die jetzt in den Schlüssel nicht kriegt, dass die von Urlaub zurückkommt. Dann hat er vergessen einen Schlüssel zu geben. Du hast die Wohnung reingeht. Sie kommt erst in September rein. Die ist aber noch. Dies. Weiß nicht wie lange jetzt weg ist. Im Urlaub. Im Marokka. Oder wo sie sind. Dann ruft man es nicht natürlich an. Das ist schon klar. Die hat sich vergeben. Ich schlüssel zu einem. Ich habe ihn ausgemacht. Woher hat sie gesagt. Ja. Ich kipp dir eine. Sie kennen sie ewig. Kriegt ihr in der Wohnung. Ja. Es sind halt solche. Freunde von ihr oder so. Naja. Sie wird das schon schaffen. Bei anderen Seiten. Dann habe ich wenigstens gehört. Nein. Das stimmt aber. Aber wecker geht es eh nicht. Nein. Nein. Aber so geht es halt auch dahin. Aber was ist momentan los. Dass jetzt gar keiner live geht zur Zeit. Das ist ja Wahnsinn. Der nicht läuft. Dort nicht läuft. Dort nicht läuft. Dort nicht läuft. Dort nicht läuft. Aber ich denke. Ich habe ja auch nicht mal. Als erstes. Ich war ja voll. Ah je. Ach so. Passt gerade auch. Nein. Ich weiß nicht. Jetzt wirklich jeden Tag. Bis rüber auf die Nacht. Und dann gehst du da. Ein bisschen vor Mühlen gefeiert. Auf die Nacht. Dann gegrüßt. Und dann. Boah. Weißt du. Wieder heimgekommen. Am 11. Am 6. Sind wir weggefahren. Fahrzeug anschauen. Und dann hinher. Und dann wieder weiter. Da magst du nicht richtig. Das ist schon. Nein. Das ist schon klar. Das ist schon klar auch dann. Da hast du keinen Platz gefunden. Nein. Es ist schon viel zu spät. Dann habe ich mir gedacht. Heute setze ich mich hin. Ich suche ein paar Träume raus. So was ich noch brauche. Jetzt habe ich die aber recht schnell gefunden. Dann habe ich die Map gefunden. Soll ich nicht. 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 Ein kleines Schrei. Da ist schon wieder hinten. Er spielt Rocket League glaube ich. Da hinten. Das ist immer zu einer aufregenden Spielfirma. Das ist scheinend. Ja ja. Na ja. Da geht es immer in. Da sind seine Elemente da hinten. Das war ja so. Ja ja. Was für normal. Ja mein Gott. Jetzt hat er noch früher. So ist es. So ist es. Ja. So ist es. Ja. Wenn du denkst. Das vergeht jetzt eine schneide Zeit. Das ist ja. Die Ferien. Ich weiß nicht was bei uns war. Ich schneide Ferien aber weil vorbei von der Schule hat so lange dauert. Das war ja das. Aber. Und deswegen dass ich vielleicht irgendwo gar nicht was sehen hab. Nein. Glaube ich nicht. Nein. Ich glaub der. 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 Walmart. Da sonst helemweit dazu Codecs 30 7 8. Ich glaub ein bisschenso weiter Jahre. Ich glaub wir es als nochmal weiter wieder gealtert. Glaub damit companiy s appreciative da wieder jungen weiter mehr möglichen und dann gehts wieder ein bisschen runter und dann gehts ein bisschen lauf wieder geht. Und dann geht die Kurven zu Hause mit. Und wo ich Urlaub hab jetzt auch schon vor. Nun. Das ist so halbчно. Vicky Servus. Den restlichen Grad. Ich war auch der eigentlich halb Ahítgefahren. alı auf dem Mülldurch. Das ist sehr zu 60 km von mir weg. Aber wir haben noch gesagt, dass man neunmal wahrscheinlich sind und da muss ich fast daheim sein, weil der Junge im Opa, das geht nicht schlecht. Jetzt fangt es auch schon an zu insidieren? Nein, nicht Meißsel, sondern Großsel. Groß, achso, okay. Aber bei uns werden es teilweise schon Meißsel. Wahnsinn, das ist doch einfach zu viel, oder? Normal. Ist das nicht? Bei uns war es immer... Wenn du da Flächen hast, wo bloß Kies drunter ist, dass man bloß so Kies zeigt, das ist ein Stabdrucker. Weil dann ist es klar, ja, da speichert es ja nichts. Aber wenn du da noch Flächen hast, die auf den Lichten stehen, also wo keine Bäume sind und nichts, da ist das der Teildrucker, da ist der total dürr. Da wo viel Licht hinkommt, da ist der schon zeitig. Ich weiß nicht. Dann kannst du nicht schon weg, nein. Ja, bei uns dauert es noch. Das ist so ein Ende, so am September, Oktober fangen wir zusammen bei uns, also irgendwo. Ja, ja, wahrscheinlich habe ich auch nicht. Also ich weiß, dass letzte Woche, da hat der erste angefangen im Norden. Und gestern oder vorgestern, da hat der erste sich in Niederbayern, also die, wo ich kenn, und ich weiß von jemandem, der ist da in Mittelfranken, der hat Häcksler fahren, der hat zwei Häcksler, und der hat auch gesagt, nächste Woche geht es volle Pulle los bei einem. Ja, wie Tiere. Dann 14 Tage durchhäckseln. Mhm. Oh, ich dachte, oh, da wird der Tag erlang, gell? Ja. Jetzt weiß ich nicht, wenn es kommt davon, dass ich mal... Und dann ist auch der Bauer, der, also was der heuernd schon groß macht, weil das ist schon verrückt. Also muss ich schon sagen, der ist, glaube ich, schon zum vierten Mal gemeint. Und der ist... Ja, ich meine jetzt auch das vierte Mal dann. Ja, es ist schon... Es ist Wahnsinn, dass da... Ja, weil nicht viel wieder runtergekommen war, oder? Ja. Ach, gar nichts Gescheites. War auch nicht viel. Aber er hat zweite Ballen wieder gemacht. Aber man muss das fast, weil sonst wird es zu alt, dann fressen Sie das, oder? Auch wenn Sie das vier oder fünf Uhr stehen lassen, dann muss es weggehen, weil da kommt eh nichts mehr Gescheites nachher. Jetzt muss wieder abgemalt werden und dann kann es noch mal reinkommen. Und wenn es noch eh wieder ringt, dann ist das eh optimal, weil dann hat es gleich drüber gegossen und kann es gescheit wieder anschieben. Kann es gleich drüberadeln, wenn es noch ringt, das ist eigentlich jetzt optimal. Das signaliert man es auch nächste Woche noch mal. Oder halt morgen. Unsere Flächen, wenn man sich die anschaut, das sind die Großflächen, die ein paar wo es sein, das schaut so aus wie in der Wüste. Manche ist aber prünkt. Ja, aber interessanterweise ist das Gras, oder? Ich gieße es nicht, also den Rasen ganz normalen, gell? Und die meisten da nicht, gell? Ja. Er ist komplett grün, so grün war der noch nicht. Aber da kommt kein Tropfen Wasser von uns in der Nacht, die gießen alle nicht. Das weiß ich ganz genau. Aber in der Nacht, die haben keine Sprengelanlage, gell? Und ich mache es auch nicht. Das ist interessant. Wie wenn du das Wasser unter dir ständet, gell? Ja, das kommt ganz viel, ja. Das sind Wiesen, aber wo die Wiesen drüber sind, gell? Das sind so ein neues Endengelände, ja? Weil wir Rasenmähen und das hat drei Wochen, also wenn es wirklich, ernsthaft, drei Wochen nicht durchregnet, dann ist unser Rasentrassen so verbrennt, da glaubst du, da ist fast nichts mehr übergeblieben. Das ist komisch teilweise, ja. Und was beim Gras ist, das ist eine Maushalte, weil da so viele Maushalte und das kannst du alle Jahre, weil du das im Frühjahr vertikavieren bleibst. Da bringst du einen Drecksatz nicht mehr raus, was du aus dem Haus hast. Wir haben es gehe. Wir haben ihn gehe. Weiter. Das ist ja noch nicht so, da denk ich, also da musst du schon warten, bis es komplett trocken ist, weil sonst hast du bloß Bads im Rasen gehabt. Das habe ich bei uns auch, wenn ich an unsere Phase losse, die habe ich auch in eine Wiese reingebaut. Und da bin ich auch Rasenmäher an die Seiten für so eine Säcke, dann ist das auch furchtbar. Ich habe dann auch bloß Bads dabei, also das ist eine Maushalte. Das musst du drei, viermal machen, dann bringst du es wieder raus. So geht es aber wieder. Wer darf? Aber das musst du auch wieder machen, das musst du immer wieder machen, damit das rausgeht. Wer ist da? Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Oh, der ADK, der Alex der Krieger ist hier. Hat er mich doch noch verstanden. Richtig. Servus. Ich war mir nicht sicher, ob es das gehört hat, Alex. Wie ich gesagt habe, da kommst du ja rein, komm mal kurz. Dann kannst du es sagen. Ich habe das noch gehört, dass du mir das gesagt hast, dass du das vorbeigehen kannst im Disco. Ja, genau. 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 Kannst du ja ruhig die Werbetrommel schmeißen. Das ist ja kein Problem. Die Werbetrommel? Ja, für Samstag nachher. Aber das ist der Samstag, das ist der Wahnsinn. Aber es geht um DZC Haus. Also ich denke mal, ich denke mal, dieses Event wird also nicht einmalig, aber einzigartig. Hat es ja, sagt man, so noch nicht gegeben. Hier auf YouTube und auf Twitch nicht, habe ich noch nirgendwo gesehen. Genau. Richtig. Zumindest nicht in diesem Ausmaß, wie ich es mache. Und jetzt nochmal ganz kurz für die Leute, die jetzt hier drin sind in unserem Chat, um die Regeln zu erklären. Es müssen verschiedene Ballenorten, also sprich 15 Rundballen und 15 Quaderballen von A nach B transportiert werden über verschiedene Challenges bzw. über verschiedene Parcours. Und unter anderem sind dann auch zwei oder drei Nebenchallenges mit dabei, wie zum Beispiel auch Strohballen Weitwurf. Wie das dann ablaufen wird, kriegt ihr dann alle am Freitag noch zu erfahren. Wir treffen uns alle gemeinsam am Freitag um 19.30 Uhr im Discord bei irgendjemandem. Ob es bei mir ist oder halt eben beim Didi, das ist ja egal. Ja, das geht mir bei dir immer. Kein Problem, gell? Genau. Werden wir uns alle, die teilnehmen, im Discord. Ich habe jetzt gerade eben noch zwei, drei Minuten ein Video veröffentlicht. Dort könnt ihr euch noch bewerben, wer das gerne möchte. Unter diesem Video einfach einen Kommentar da lassen. Ihr müsst halt eben 18 sein. Das ist wichtig. Und müsst halt eben den LS22 besitzen. Ich brauche keine DLCs sonst irgendwas. Macht ihr gar nichts. Das sind einfach nur und gleich noch so zwei, drei Mods ungefähr. No? Alex, darf ich kurz unterbrechen? Genau. Alex, ich unterbricht dich kurz. Ja, ich habe mir gedacht, das machst du als erstes, wie ich es gesagt habe, weil ich das nur wollen unter die, nicht Teams, sondern unter die YouTuber. Habe ich das letztens falsch verstanden oder habt ihr das umtraut? Achtung, ja, Entschuldigung. Ich glaube, ihr müsst natürlich einen eigenen YouTube-Kanal oder einen eigenen Twitch-Kanal besitzen. Okay, danke. Ihr dürft natürlich nicht nur einen Schreibaccount haben, sondern ihr müsst halt eben noch selber streamen. Genau. Das ist die Bedingung, die ich haben möchte. Richtig. Genau. Mit diesem Aspekt, sag ich mal, würde ich gerne einen kleineren Streamern eine Chance geben, sich vielleicht ein bisschen zu zeigen, beziehungsweise einen Kanal vorzustellen, beziehungsweise um vielleicht auch gar ein bisschen Werbung für sich selber zu machen. Ist ja irgendwie ganz schlimm. Das ist eigentlich auch der Aspekt dahinter, um auch mal die kleineren Streamern mit zu unterstützen. Genau. Das ist eigentlich der eigentliche Aspekt. So war es geplant. Dafür bin ich da ins Wort nämlich reingefallen, weil man denkt, da hast du nämlich was vergessen. Oder ich hab was falsch verstanden und es hat sich umgedreht. Nein. Nein, nein. Alles gut, Didi. Genau. Und beziehungsweise ich möchte damit eigentlich bewirken, dass die ganzen Streamer unter dem großen Hashtag gemeinsam groß werden, dass wir eigentlich alle zusammenkommen, um halt einfach mal ein bisschen Spaß zu haben. Weil ich sag mal, das machen viele YouTube oder generell Streamer mit anderen Streamern sehr wenig. Ich geb mich auch zu, bin ich manchmal auch selber mit dran schuld. Ohle. Sag mal Ohle. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Und in diesem Aspekt möchte ich halt eben, dass wir alle zusammenkommen und halt eben Spaß zusammen haben. Alex? Genau. Es gibt übrigens, ach so, ach, apropos noch ganz was anderes. Und zwar, es gibt bei diesem Event, gibt es einen Wanderpokal. Der Wanderpokal, den kriegt dann der eine, der halt eben dann gewandert und muss den gegen die anderen, das wird übrigens zweimal im Jahr stattfinden, muss den verteidigen. Das Ganze dreimal, wenn er das gemacht hat, ist der Pokal seine. Wenn nicht wandert der immer weiter. Okay. Genau. Und es gibt auch natürlich Preise zu gewinnen für die ersten drei. Und was es sein würde, werde ich euch alles am Freitag erklären und euch den Preis geben. Und die Map natürlich auch. Die Map könnt ihr dann am Freitag ab 19.30 Uhr für eine halbe Stunde euch angucken. Dann machen wir die wieder geschlossen. Damit ihr mal so ein bisschen das Terrain seht und was so alles für Challenges sind. Und da war dann so kurz. Aber ich musste dich kurz unterbrechen. Und dann Freitag um 19.30 Uhr, halb hoch. Das könnte, das könnte Knob werden, Alex. Beim Jockey und bei mir das, das könnte Knob werden. Wenn du es nicht schaffst, Diggi, das ist gar nicht so schlimm. Ich würde auch dann vielleicht am Samstag früh nochmal, um den Mittag, während du die Zeit hast, die Map kurz für dich erhöhen. Hast du jeder eine faire Chance bekommen? Ich weiß schon, was du meinst. Weil 1930, meinst du jetzt um 20 Uhr, 20 Uhr, da geht es dann immer. Aber das reden wir zusammen. Vielleicht ist eh alles einfacher, als was ich glaube eigentlich jetzt. Nicht jetzt da, sondern so allgemein. Dass sich das doch ausgeht. Genau. Also wie ich glaube, das ist auf jeden Fall so, ja, sag ich mal so die groben Regeln. Die richtigen Regeln bekommt ihr dann alle am Samstag, wie das dann abläuft. Also was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, es wird auf jeden Fall so sein, es werden immer zwei gegeneinander antreten. So. Aber immer nur einer kann erstmal antreten, aus dem einfachen Grund, weil ich nicht zweimal die identische Strecke bauen kann. Das funktioniert nicht. Das geht auch nicht. Weil der kann ja dann irgendeinen Vorteil haben und sagt dann, hey, der bescheißt mich doch hier, das wollen wir ja. Ja, ja. Und deswegen wird es halt eben so sein, dass immer einer auf die Strecke geht und dann halt eben, dass mit der Zeit gestoppt wird und der Schnellere, der halt eben dann schneller ist, kommt halt eine Runde weiter. Geplant ist es, wenn alles gut läuft und das relativ zügig vorhanden geht, dann soll früh um eins das Finale sein, also wenn alles gut läuft. Kann natürlich auch plus minus null sein, ist klar. Ja. Genau, so ist der Plan und das findet halt eben dann zweimal im Jahr statt. Also immer alle halben Jahre findet dann sowas statt. Genau. Und diejenigen, die da mitmachen, die dürfen natürlich auch gerne streamen, habe ich damit kein Problem. Das finde ich nicht schlimm, um Gottes Willen. Die dürfen das gerne noch machen. Das ist überhaupt kein Problem. So. Wenn jetzt noch irgendwelche Fragen sind, Fragen stellen. Die Erklärung war einfach und lang. Nein, schätze ich per se, das hat mir Spaß gemacht. Ja. Ja. Ich suche jetzt kurz was. Ja. Aber so ist jetzt der Plan. Ich hoffe mal, dass ich das auch so umgesetzt bekomme, wie ich mir das jetzt so vorgestellt habe. Ich sage mal, es ist ja auch eine lange, es ist ja schon eine etwas längere Planung, weil ich mache das ja erst seit gestern oder so. Ich habe mir das auch nicht erst gestern ausgedacht. Das ist schon ein bisschen länger. Und ich sage mal so, ich hoffe, ihr seid mir auch dankbar dann für das Ganze, was ich da mache. Beziehungsweise auch für die Unterstützung bin ich euch auch dankbar und für das Willen. Keine Frage. Ich habe jetzt auch schon kräftig die Werbekommel gerührt dafür. Ich hoffe es zumindest. Also ich glaube, dass das an denen nicht scheitern wird. Und wenn es beim ersten Mal nicht so extrem viel sein, Leute, nimmst es so, Herr Alex, ist eh leichter am Anfang zu überschauen, als wie es ist alles bumm voll und da kriegt man die Krise. Du hast das letztens gesehen, wie wir da das ganze Event gemacht haben und auf einmal waren 18 da oder 16 da. Dann ist es ein bisschen, da sollte ich mir die Verkehr von der Lauterin, dann ist sie ein bisschen haarig geworden, wenn ich ehrlich bin, oder? Ach so, wartet mal, ganz kurz. Entschuldigen, dass ich gerade unterbreche. Noch mal ganz kurz, weil du dich gerade ansprichst, zwecks Sprechen in der Wagen zu haben, ne? Es wird so sein, ich bin im Spielchat drin. So, aber derjenige, der dann mit dazu kommt, der wird von mir stumm geschalten, aus dem einen von Grund, erstens mal auch, dass derjenige sich konzentrieren kann und sich nicht von mir ablenken lässt, ne? Und b, dass ich halt eben auch nicht abgelenkt werde selber, ne? Ja. Also ihr könnt auch jeder bei sich im Discord bleiben, das war kein Problem. Ihr müsst ja nicht unbedingt in den Sprachchat kommen, nur halt eben dann am Ende, weil ich dann gerne mit denjenigen noch ein kleines Kommentar machen möchte, ne? Aber das muss man dann besser am Freitag erklärt, weil sonst wird das jetzt bis Freitag zu viel. Ja, das geht alles unter, richtig, genau. Weißt, was ich meine? Weil es sind ja zu viele Informationen, was das jetzt braucht, auf einmal im Prinzip, ja. Genau. Also Jockey macht auch mit, hast du gesagt, ne? Ja, ja. Jockey ist dabei. Weißt du, ob du Alex mitmacht? Keine Ahnung, der Alex hat sich momentan ein bisschen Auszeit genommen gefallen. Ich weiß nicht, warum. Er hat mal geschrieben, bei WhatsApp hat er mal geschrieben, nehmen wir da Auszeit. Aber ich hab mir dann keine Ahnung warum. Ich hab mir dann auch probiert, zum Erreichen, weil, ja, wenn einer ein bisschen Auszeit braucht, keine Ahnung warum oder weswegen, dann, ja, ist das so, oder? Alles gut, Didi, alles gut. Mhm. Ich hab auch schon mit dem Erwin gesprochen, er hat leider an dem Samstag keine Zeit, er kann nicht mitmachen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob du vielleicht eventuell noch ein paar Leute kennen solltest, dann kannst du dich gerne mit drüber informieren. Eigentlich. Ja, wir werden mal schauen nochmal. Ich sag mal, was halt eben Bedingung ist, Didi, die müssen wenigstens 18 sein, ne? Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich kenn das. Und die dürfen halt auch nicht mit Seitenkontrolle spielen. Ja, die hab ich sowieso zwar immer da, ich spiel mit, wir haben das eh geregelt gehabt, aber ich benutze es nicht im Prinzip. Ich hab immer zum Beinladen, auch wenn ich da alles stehen hab, wo ich mein Lenker hab, ich hab meine Tastatur mit meiner Maus zum Laden. Ich hab kein Joystick, also kein Joystick, ich hab keine Konsole, oder wie heißt das? Ja. Konsole sag ich schon. Hört mal schnell, Controller. Ich hab keinen Controller. Nein, 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 Seitenkontrolle, ich weiß da. Aber ich hab keinen Controller und ich will meinen Controller nehmen, weil ich mit dem Controller einfach nicht spielen kann. Aber kein Spiel kann mit dem Controller spielen. Alles, alles gut, Didi. Dann spielst du halt eben mit, ich hab ja gesagt, mit der Tastatur und mit der Maus und so. Ich fahr jetzt auch meistens, das ist ganz normal, dass ich das oft so mache, obwohl ich alles da vor mir hab. 90% weil ich die Füße in der Höhe hab und ja, und dann nach rechts schau, wo der zweite Bildschirm ist, und dann tu ich mir mal ein leichtersten mit der Tastatur. Genau. So, aber jetzt muss ich ganz kurz vorhin. Es geht ruhig weiter, jetzt hab ich es wo der Stamm gefüllt, aber du darfst ruhig weiter rennen und erklären. Kein Problem, längst eine Redwehr. Ja, ich hab eigentlich jetzt schon im Grunde und ganzes alles erklärt, also das ist eigentlich im Prinzip der Werdegang. Und wenn dann, sag ich mal, der Andrang jedes Jahr größer wird, dann müssen wir das natürlich alles ein bisschen größer aufziehen. Jetzt aktuell starten wir mit 16 Mann, das ist erstmal ausreichend. Und wenn der Andrang zu groß wird, dann machen wir halt eben eine 32er und 64er und so weiter und so fort. Ihr kennt das ganze Spiel ja, dauert halt eben ein bisschen länger, da muss man eher anfangen. Ja, aber so ist erstmal zumindest der Plan. Genau. Sag mal, ich hab schon meinen Norbert gehört. Ist mein Norbert hier? Ja, bin ich da. Ah, der Norbert. Du hast endlich mal dein Norbert seine Stimme. Ja. Norbert, wie geht's dir, mein Freund? Ja, danke, gut. Und dir alles klar? Bei mir ist alles klar, ja. Ja, wie gesagt, wir haben ja heute Feiertag. Also, hab ich noch frei heute. Und morgen... Ach ja, stimmt. Genau, ihr habt ja noch Feiertag. Wie ist Kanton da? Ja, es ist... Maria Himmelfort, glaube ich, heißt das. Also Kirche... Ach, okay. Maria Himmelfort. Himmelfort, oder? Habt ihr die auch ein Hartl in Bayern draußen? Haben die auch Feiertag? Ja, Maria Himmelfort. Na ja. Na ja. Jetzt sind wir Edliger. Ja, sonst wissen wir... Ja, gut. Aber dann loge ich mir die. Das haben wir leider nicht. Wenn die kommt, kannst du nicht die sagen, gesundes bitte auszuschneiden. Nein, das haben wir leider nicht. Wir haben leider keinen Feiertag. Aber ich hab ja eh Urlaub, wenn da ist, alles gut. Also du hast diese Woche, Alex, und ich hab dann nächste. Also ich muss die Woche arbeiten und nächste Woche hab ich dann Urlaub. Die ganze Woche. Genau. Ich hab jetzt die Woche und du nächste Woche. Genau. Ja, genau. Ja, normal hatte ich zwei Wochen gehabt. Ich war normalerweise jetzt schon im Urlaub. Aber dadurch, dass wir so viele Leute haben, ist das wieder flachgefahren. Okay. Aber deinen Urlaub von der Woche hab ich müssen um zwei Monate verschieben. Also der geht dann herrschen. Ende September, Anfang Oktober. Ja. Ja. Und dadurch, dass ich Springer bin und jetzt natürlich noch bei uns ja die Ferien noch sind. Bis Mitte September sind ja noch Ferien bei uns in Österreich. Ja. Und da gehen jetzt die Leute in Urlaub, die was halt noch von mir. Okay. Ja. Das ist alles gut, alles gut. Alles gut, Norbert. Und wir Springer stellen uns halt hin. Ja, ich glaub das ist logisch. Ja, das ist schon gut so. Weil zwei Wochen durchgehend ist zur Zeit sehr schwierig. Weil, wie gesagt, es ist ja alles so enorm teuer geworden. Und du verlierst eben, wie gesagt, ein bisschen was an Geld die ganze Zeit. Weil man kein Fixum macht. Ja. Das ist halt das Blöde in Österreich dran. Obwohl die Gewerkschaft in Österreich das ja schon seit, ich glaub seit zwei Jahren fordert, dass sie auf Fixum machen. Das heißt, dass du immer dein fixes Geld hast. Ja. Und dann ist es so, dass du Urlaub oder Krankenstand gehst. Weil du immer Fixum hast. Ja. Aber so variiert ja immer der Grundlohn. Der variiert ja immer. Und dann hast du noch die App plus Überstunden. Und wenn die natürlich wegfallen, dann bleib im Endeffekt nicht viel über. Weil du nur einen Grundlohn eigentlich dann hast. Um das geht's. Ja. Ja. Das ist das große Problem dran. Das ist das große Problem, ja. Aber das ist, glaub ich, überall so. Das trifft, glaub ich, überall zu. Das stimmt. Das stimmt. Ich darf uns lieber jetzt ein paar die, ne, ich sag schon gar nichts mehr, bei NAMS, weil ich in Deutschland ein bisschen anders, das Arbeitsmarktservice. Da gibt es halt so lieber die Leute, das gehört hinten hinein und erhöhen alles. So, ja. Ich frag mich eigentlich, für was man arbeiten geht, wenn man dort eigentlich so gut Zeit kriegt. Klar nicht. Das fragen mich auch manchmal, ja. Das ist korrekt. Weil, wenn ich denk, wenn ich, weißt nicht, wenn du bei NAMS jetzt 1300 kriegst, zum Beispiel. Mhm. Du hast dann die ganzen Corona-Zuschläge und wenn du dann Kinder auch noch hast, dann kriegst du natürlich das Doppelte. Das ist auch klar. Und dann darfst du noch zusätzlich 300 Euro dazu verdienen. Kannst du ja gar noch geringfügig arbeiten gehen, dann bist du bei 2-3 Euro im Monat. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Das ist. Und dann fragst du natürlich, warum geh eigentlich arbeiten um das Geld und kann aber so für eine Finanz- und eine Sozialversicherung zahlen. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Dann halt so viele Sachen. Über die kann man diskutieren, bis man alt und grau wird. Aber es ändert sich nicht. Weil solange die Regierung nichts tut dagegen und gewisse andere nichts machen dagegen, wird es immer so weitergehen. Und das ist etwas trauriger. Ja, das stimmt. Obwohl ich sagen muss, der Diesel ist jetzt billiger geworden in Österreich. Also er ist jetzt Mitarbeiter... Diesel ist jetzt viel billiger geworden. Der ist wieder total runtergegangen. Ja, weil er war zeitweise bei uns bei 2,20 Euro. Und ist jetzt unten auf 1,74 Euro. Ist er jetzt unten, ne? Also heute habe ich tankt mein Auto 1,74 Euro. Habe ich heute mein Auto viel tankt. Das merkst du aber schon. Weil wenn du da mal ein paar Euro geschaut hast, da hast du zugeschaut und die Augen sind immer größer geworden. Äh... Ich wieder da! Ha! Du hast 10 Euro getankt und hast 30 Euro auf was schon gezeigt. Ja, genau. Genau, ja. Das war ich jetzt knapp. Ich hab messen dringendst wo hin. Das war ich jetzt seit knapp schon. Ja, wenn da ein Bacherl wäre, dann schaut's nicht gut. Ja, da wäre da unten ein See gewesen. Aber das macht nichts gar. Ja, dann muss Frau bedutzen können. Ja. Das ist so Kuma-Song. Oder die Krüger an ihrem Deck. Ja. Ja, oder das. Ja. So, kannst du 1 vorbeiden. Na, weiß. Geht ja. Recht. Ich hoffe, ich könnte jetzt ein bisschen erklären. Alles, was ihr so wissen wolltet. Ein bisschen. Also. Ich werde jetzt erstmal deinen Streambar gucken, Didi. Mhm. Danke. Ja, ich werde auch ewig lange nicht mehr da. Irgendwann müsste ich immer mit meiner Zeit nehmen, wenn du mal reingucken. Mhm. Tust du heute auch was? Das kann ich ja jetzt machen. Wenn ich Olo habe, dann geht das schon mal. Das ist kein Problem. Ja. Ich wollte dir jetzt sagen, tust du heute auch was? Bitte? Tust du heute auch. Was noch? Nein, morgen früh erst. Ah, morgen erst. Okay. Also ADK, morgen früh auf? 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 Twitch. Okay. Okay. Ja, bei dem muss ich immer fragen. Twitch oder auf YouTube dafür? Bei mir ist es leicht. Gibt es noch auf YouTube. Wie denkst du? Kannst du dir ruhig machen. Alles nur auf Twitch jetzt. Also Livestreams ja, aber die Videos nur auf YouTube. Okay. Aber das streamst du alles auf Twitch. Okay. Gut. Ja, das streamst du nur auf Twitch. Nicht nur so anders mehr. Mhm. Okay. Okay. Das ist so häufig zu mir. Meine Lieblingsfragen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Alex. Ja. Und wir hören uns aber spätestens am Beitrag. Mhm. Okay. Okay. Gut ist. Alex. Danke. Tschau. Tschau. Macht's gut ihr Lieblings. Tschau. Hallo. Hahaha. Ich kämpfe mich gerade da irgendwie oben im Berg und weiß nicht wo ich hinfahre. Haha. Weiß ich nicht. Ist der Chart jetzt eingeschlafen oder was ist denn das passiert? Ja. Es sind so wie vorne. Hä? Hallo Mann. Na. Das passt nicht. Das haben wir ja eh gewusst. Aber ich jetzt fast ehrlich gesagt wirklich verschwitzt. Tote Idee. Ich muss raus. Ja. Vorsicht Baum. Ja. Es ist nicht nur ein Baum. Da ist alles im Weg. Ich bin mich verfahren. Ich habe mich da runtergefahren. Jetzt springe ich da runter. Das ist ja Johnny. Oh. Geht's weit. Es wird ein Zustand auf der Kamera. Das ist ein Narbe. Zeug dir abgehört. Haha. Jaja. So ist es. So ist es auch. Oh nein. Jetzt bin ich sicher wieder. Warte. Warte einmal. Ich muss mich mal suchen wo ich bin. Aha. Ich bin da. Und ich muss dort runter. Ich mache die Ortschaft durch. Hey. Es ist grüß das. Weil es die Karten dir nie angeschaut hat. Ich wollte es sagen. Ich habe es in Nenzaner nämlich gar nicht gespielt. Weil mich das nämlich geärgert hat. Von den. Wie immer halt bei irgendwelchen Modern. Was wir machen es mir ärgert. Weil sie immer geschrieben haben. Dies und das braucht man dazu. Dort und dort. Und dann sind die anderen Maps alle nicht gegangen. Hm. Wenn das drinnen war. Ich weiß nicht ob ihr euch erinnern könnt. Aber in Nenzaner war das wirklich so. Wenn du dann selber was angehabt hast. Dann hast du alles andere überlöschen können. Mit dem was du gerne gespielt hast. Weil ich durch den Season was drinnen gehabt habe. Was haben sie noch als Einbau gehabt. Keine Ahnung. Das war ja. Ich habe das ehrlich gesagt. Ich meine ich mache das auch heute nicht mit den Season. Und das ist nicht ernst. Oh ja. Ich muss schon. Also das Originale was drauf ist. Ich spüre. Das ist immer aktiviert. Ich sehe August Thomas. Und das ist immer. Aber Barming Prestige. Das habe ich gar nicht übergegangen. Nicht einmal angeschaut. Das gibt es ehrlich zu viel. Ich habe mir das nicht einmal angeschaut. Nein. Ob das funktioniert oder nicht funktioniert jetzt. Ich habe mir das gar nicht einmal angeschaut. Ja. Also funktionieren jetzt schon. Nein. Es haut anscheinend wirklich gut hin. Irgendwann. Ja. Aber wie gesagt. Ich habe mir das nicht angeschaut. Und ich habe auch nichts dagegen. Wenn es einer spielt. Im Gegenteil dafür ist ja alles da. Aber mich hat das nie so richtig interessiert. Aus einem Grund. Weil man Multiplayer spielt. Da gibt es manche die können ja das aufdecken. Ich könnte ja zahlen vorhin. Und dann kaufst du genau die Felder nur. Die wo sie am meisten Druck bringen. Und der andere ist dann. Ich sage immer. Der Gelacktmeier. Der nachher. Der nachher. Der nachher. Der nachher. Der nachher. Dann geht es um die Fairness wieder. Dann ist das. Da fangst du nur unendlich im Großen und Ganzen. Was zum Streiten an. Ja. Aber da kommt eine Streiterei raus. Und das steht nicht dafür. Da spielt man wieder so. Das ist so schon oft genug. Dass irgendwelche Komplikationen rauskommen. Geil Heutl? Du weißt das eher. Du hast das alles auch nicht gekriegt. Das ist so. Auch wenn wir mit Erwachsenen. Wir sind oft Wilder und Junior. Du kennst das eh alles miteinander. Es kommen immer Komplikationen irgendwo raus. Nicht sowas. Geil. Ja und deswegen hast du ja auch ganz am Anfang gesagt. Wo ich zu dir gekommen bin. Hast du ja gesagt. Ich möchte das Improvieren. Mit Junge und ältere Leuten zusammen spielen. Genau. Ja. Was das Team zusammenwogst sozusagen. Ja. Wir kommen rein. Ich bin da. Mein Herz ist klein. Und unser Patient. Servus Rütschü. Servus Rütschü. Servus Rütschü. Servus Rütschü. Servus Rütschü. Du nur. Du nur rein. Du nur rein. Du nur rein. Ja weil ich nämlich jetzt festgestellt habe. Ich schreibe es heute noch eine Viertelstunde. Oh. Okay jetzt warte warum. Danke. 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 Entschuldigung. Und wie du jetzt gesagt hast ist der Chat eingeschlafen. Ich habe geschrieben nein. Aber man denkt also wenn ich jetzt bald nicht was nicht sage dann stimmt was nicht. Und jetzt habe ich das Fenster aktualisiert. Und dann habe ich gemerkt meine 30 bis 100 Zeilen sind alle gar nicht übertragen worden. Nö. Von dir aus. Das sehe ich nicht. Weil ich nämlich. Ich habe es jetzt auch noch einmal aktualisiert aber von dir aus leider gar nichts drin. Das glaubst du. So. Warte mal. Das ist alles weg. Holger Schwede. Willst du mich noch mal testen? Was? Warte. Nein du brauchst noch nicht testen. Holger Schwede. Ist er gesperrt oder was Dede? Hast du da geschaut? Holger Schwede. Hallo Dede. Geschrei mal. Geschrei mal. Geschrei mal. Die ganze hat wohl alle. Sogar zwei Moderatoren. Der Martina. Ja das vergiss ich immer. Fragen habe ich gesperrt. Normals schaue ich. Normals schaue ich. So jetzt habe ich alle aufgemacht. Ich habe mir es noch gedacht. Auf einmal sind nämlich zwei Abonnenten weniger gewesen. Und du hast mir gedacht. So jetzt passiert. Habe ich jetzt das zu gemacht mit den ganzen Biogasologen oder was. Alter. Upp zu 16. Leiterinnen. So. Alex. Servus. Das ist echt ein Witz. Ja bei mir kann es ja sein, dass man mit der Dede sperrt, damit er nicht immer so schwach daher ist. Mhm. Ich bin glaube ich der Einzige, den er immer wieder absichtlich sperrt. Ja ich glaube auch. Ja. Na na. Na na. Ja. Na na. Ja. Ich muss jetzt schauen, ob das jetzt noch alles geht. Hat sich der Stream? Weil ich mit dem Dede alleine telefoniert. Hat sich der Stream jetzt auch noch ausgeschaltet? Nein. Jetzt geht es weiter gar. Ja wenn jetzt geht es. Dann verstehe ich was. Was das ist, dass mich YouTube immer wieder automatisch sperrt. Bitte fragts mich nicht, warum es aber auch in Erwin gesperrt kommt. Das ist ein Moderator. Ja weißt du wie immer. Aber es ist ja sowieso auf YouTube das gang und gäbe geworden, dass das so die Leute gesperrt worden sind und kein Mensch weiß eigentlich im Grund, warum es so sowieso das passiert. Aber. Du. Jetzt möchte ich aber auch sagen. Ich habe nämlich noch heute, wie am Vormittag habe ich Zeit gehabt, habe ich was getan, oder? Da habe ich noch reingeschaut einmal im Studio. Weil ich geschaut habe, ob das vorgestern habe ich ein bisschen stream, ob das verarbeitet ist und hin und her. Ja. Marvin Silver, der war auch gesperrt. Marvin, sorry. Marvin, sorry. Du warst auch gesperrt. Das tut mir echt leid. Jetzt kannst du aber wieder alles schreiben. Ich glaube Pupps an Leid waren jetzt einmal momentan gesperrt. Also willst du sagen damit, dass am Vormittag nichts war? Am Vormittag war nichts. Das war jetzt Nachmittag. Dafür habe ich jetzt gar nicht reingeschaut. Weil normal schaue ich jetzt mal, Hartl weißt jetzt, oder der Oltwarbleibler jetzt auch gewiss das immer so kurz ein bisschen. Ich muss noch kurz schauen und dann starte ich erst normalerweise, gell? Ja. Ja, ich weiß Alex, das war bei dir auch immer furchtbar, gell? Ich habe da dann immer auf Privat geschrieben. Es ist immer gut, dass ich dann auf Privatkanal habe, da bin ich immer mit Privat reingegangen, und dann habe ich geschrieben, hey, ich bin gesperrt. Ja, das stimmt, das war bei einem Alexander. Aber ich habe immer wieder gesagt, du Alex hast schon geschaut, ob er gesperrt ist. Ja. Und dann habe ich gesagt, du musst auch reinschauen. Und dann waren wieder live gesperrt, wenn er nicht ist. Oh, Mario Franz Steiner. Servus, Mario. Mein Arbeitskollegen, mein ex-Arbeitskollegen. Wer ist nicht jetzt rausgeflogen? Ja, wir sind jetzt rausgeflogen. Ja, wir sind jetzt, oder? 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 Ja, wir sind jetzt rausgeflogen. Üblicher Stammtisch zum Livestream. Jetzt muss ich doch einmal reinplatzen da. Erwin, hast du vorher auch schon eine geschrieben gehabt? Nein. Nein. Das hat auch nicht gekündigt, du warst gesperrt. Ja, das wird... Erwin, er hat wieder mal eine Niederbayernasse gehalt. Das wird YouTube selber gewesen sein, die haben mich wahrscheinlich gespürt, nicht, weil ich aber so verschimpft. Erwin ist aus politischen Gründen gesperrt, wegen unkorrupten äußerungen. Ja, wegen Volksabhetzung. Ich glaube, wegen ordinärer Sprache meine Videos. Aber nein. Das Video habe ich mir gestern angeschaut, Ritchi, um 12 Uhr in der Nacht. Aber ich bin erst heimgekommen. Ich war gestern, ich habe es in anderen erklärt. Wahrscheinlich hast du das nicht mitgekriegt und mitgehört. Ich habe gestern mit dem Traktor zusammengefahren wieder. Aus den Steirer haben wir wieder zusammengefahren. Und dann habe ich in Siemering beleidigt anscheinend. In Neuen. Dann haben wir wieder auseinanderfahren dürfen. War ich so grantig... Ja, aber das hast du jetzt schon dreimal gemacht. Das weißt du jetzt, wie es geht, oder? Richtig, ja. Und dann war ich so grantig... Nein, das geht eh leicht. Das ist ja nicht der erste, was auseinanderfahren. Dann war ich so grantig, dass ich gestern in der Früh um 6 Uhr gefahren bin und habe mir einen nächsten gekauft. Bei mir ist ein Fendt, wo man das Fußpedal, wo man Steirer verstellen kann. Das springt immer raus. Und da kommt es ganz schlecht hin. Das erste Mal habe ich nur die Verkleidung gemacht. Eine gute Stunde gebraucht. Das zweite Mal habe ich Verkleidung und Stecker gemacht. Eine halbe Stunde gebraucht. Das ist dann noch vier, fünf Mal passiert. Jetzt machst du fünf Minuten. Ja, 20 sage ich mal, brauche ich noch. Das ist Wahnsinn. Aber jetzt habe ich den Stiften, wo das alles, also ein Sprengring drauf, herausgebaut, ein Loch eingebaut, ein Quintal geschnitten, einen M6er Schraub rein getraut, eine Beilagscheibe rein, kann nicht mehr rausgehen. Und was ist jetzt? Jetzt habe ich die Verkleidung nicht mehr draufgebracht. Jetzt habe ich in der Verkleidung was rausgefräst, jetzt schaut ein kleiner Schreifer raus. Aber ich habe keinen Bock mehr gehabt, dass ich das irgendwann einmal das dreißigste Mal mache. Aber schon, wir haben immer gesagt, unser MacGyver. Wenn du immer wieder das Gleiche machst und meinst, jetzt ist es aber repariert, und dann geht es wieder los. Ja. Da flippst du aus. Aber wie gesagt, jetzt wenn es bricht, dann glaube ich, ist es eher Schneierall abgebrochen. Ja, ja, unser MacGyver. Ja, das wäre da ungefähr so. Ich mache jetzt ja beruflich, ich mache seit dreißig Jahren die gleiche Arbeit. Immer die gleiche Arbeit. Da könnte ich auch sagen, jetzt habe ich jetzt Schneu zum Fall. Oh, bei mir hat es geleitet, ich muss einmal Schneu an dir, ich bin gleich wieder da. Wie geht denn das? Achso, ich habe die Krücken. Ich habe Krücken, ja. Ja, ja. Ich bin gleich wieder da. Jetzt natürlich noch. Hm, benötigt kalt und geht nicht einmal. Nein, das ist das Beste. Ja, ja. Den ersten Tag ist der Ritsche bei Dacherinnen auf und ab geraxelt. Bis sie die Nachbarn beschwert haben, weil er so einen Lärm verbracht hat. Mit den Krücken, oder was? Ja, wenn der Lustige hat der Marvin geschrien. Das wird das nächste Mal leiser machen. Was? Auf der Dacherinnen spazieren gehen. Ja, das geht momentan nicht. Der Ritsche, der Arme, hat sich am Samstag, glaube ich, beim Fußballspielen ist er auf dem Ball ausgerutscht und hat sich in den Unterschenkel gebrochen. Nein, nein, gebrochen. Der wird morgen operiert. Nein, aua, aua. Also hat sich an Otto seiner Mutter auch gegangen. Wie an Otto? Ja, an Otto Walckes. Ein Walckes, also. Die hat sich beim Gardinen bügeln, ist von der Staflei gefahren, und hat sich in den Fuß gebrochen. Das stimmt aber, das stimmt aber. Bevor ich selber zum Kochen angefangen habe, habe ich die ganzen Umfälle zum Essen gekriegt. Wieso haben sie momentan keine Pilze essen wollen, nach der Pilzvergiftung der ersten oder was? Ei, 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 ei. Nein. Da hat der Walckes. Nein, aber wie gesagt, wie gesagt, denn seine Mutter hat sich den Fuß gebrochen beim Gardinen bügeln, was von den Leuten gefallen ist. Wie alle Österreicher, Gardinen sind Vorhänge. Wenn er das reingelassen, war es nicht passiert. Dann hat sich ja keiner mit dem Bügeln gebrochen. Und auf jeden Fall, auf jeden Fall, mit dem Gips dran, war jetzt Treppensteing schwierig. Jetzt ist es aber außen an der Dachrin rauf und runter gereichselt. Und da haben wir sich den Nachbarn beschwert, weil es dann so laut gewesen ist. Wie gesagt, bist du am Dach, als Hauptfangkehrer, nein, der ist nicht der Hauptfangkehrer, gell. Mario haut sich auch an, gell. Wie gesagt, das ist unser Mischung geworden, der Mario Steiner. Also, mei, ich war als Kollege, aber trotzdem war er gut freund. Ja, weh. Na ja. Das ist ganz geil. Bayerische Geschichten sind das jetzt momentan. Aber nicht mit Gusl-Bayerheim, oder wer hat die gemacht? Ja, ich glaube, gell? Gusl-Bayerheim, weiß-blei-Geschichten waren das. Genau, die weiß-blauen Geschichten. Ja, das waren nicht die Bayerischen, sondern die weiß-blauen, ja. Aber ich habe jetzt ja Ostfriesische. Ja, der Otto Walters, ja. Ja, ja, ich weiß es, ja. Aber wo der kommt, das weiß ich auch, ja. Opa, der Ohrrot war ein Mann. Da komme ich schnell davon. Ach ja, so ist es in der Paradies. Jetzt sieht er gar nicht, dass ich sogar sein Gewicht habe. Ich denke mal, das ist Solidarität. Das ist jetzt der Paulaner-Stammtisch. Nein, der Gößer. Das ist der Gößer. Wir haben einen Steirer im Burgland. Im Burgland haben wir kein Bier. Also, ja. Wir haben ja gar nichts mehr. Ich sage mal, wir müssen uns exportieren von dir, oder was? Nein, nein, ich trinke kein Bier. Ich trinke noch eine Opfelsaft. Aber, aber, Alex! Alex! Nicht der Paulaner-Stammtisch! Du musst dir die Mund... Äh... Monika Gruber. Beziehungsweise... Beziehungsweise... An... An... Na toll! Jetzt fallen sie mir nicht mehr rein. Wann meinst du denn? Gott sei Dank habe ich sieben Jahre in Bayern gearbeitet. Wieso hast du in Bayern gearbeitet, Mario? Wann meinst du denn, Devin? Aber wie heißt denn jetzt der? Wer denn? Der Grünwald! Ein Grünwald! Grünwald musst du dir anschauen. Die Geschichten aus dem Pauliander-Biergarten. Holzer Bier! Ah, ja. Okay. Der ist, glaube ich, am Gulser Volksfest momentan. Im Buingang. Bei uns gibt es jetzt das große Volksfest. Bin mir sicher, dass er dort ist. Straubing hast du gearbeitet. Das habe ich gar nicht gewusst, Mario. Siehst du? Ja. Straubing? Das ist ja gar nicht weit weg vom Ritschi. Nein. Das ist ja gerade ein Steinwurf. Wirf den Stein hinüber. Jetzt nehmen wir ihn. Das war an den Buingang. Das ist ja in... Also da in meiner Nähe, soll man sagen. Ich. Jetzt wenn... Mario, jetzt wenn du in Straubing wartest und du hättest einen zu langen Fußnagel, dann würdest du beim Ritschi am Hof ansteßen. Ja, mit dem Nagel. Mit dem Fußnagel. Mit dem Fußnagel. Das würde ich nicht so gerne hören, oder? Ja. Wie morgen. Ah, ja. In Straubing. Gut, dann Leute, danke schön nochmal für die Likes auch. Auf alle Fälle. Momentan ist er Straubing auf X fest, oder? Straubing, das weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, dass es in Gold ist bei uns. Dann weiß ich das. Skypunfest, ja. Skypunfest. Ja, wenn könnte ein Geschichtenerzähler. Ja, genau, ja. Das sind aber mehr Horror-Geschichten dann, Marvin. Überhaupt nicht, was eine Frau anfängt. Die ist eine Ex-Frau. Jetzt kommt's, Erwin. Ja, ja, ja. 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 Ich muss dazu sagen, noch ganz kurz. Das ist ein Lien. Der Erwin kommt momentan leider nicht auf Sendung gehen. Dann ist er an der PC eingegangen. Also, das müsst ihr nicht, wenn Erwin alle deabonnieren. Nur weil er jetzt nicht auf Sendung kommt, bleibt. Er kommt eh bald wieder. Aber der hat Probleme mit seinen Festplatten mit der zweiten. Stimmt das, Erwin? Ja. Also, das möchte ich mal voraussagen da. Ich weiß nicht, wer da alles zuhört. Das sind ein paar Leute da. Mit dem, was er sich nach hinein anschaut. Kurz nicht deabonnieren bei ihm. Das ist momentan kurzfristig. Er kann leider nicht. Also, streamen kann er nicht. Das andere weiß ich nicht. Das ist auch schon lange eingeschlafen. Bitte nicht, wenn ich beim Kaffee trinke. Jetzt kann ich wieder die Tastatur putzen. Super. Echt? Nein, ich weiß nicht. Nein, ich weiß nicht. Jetzt bringt mir der kleine so Liebling Kaffee. Jetzt kann er wieder die Tastatur putzen gehen. Dann habe ich wieder die richtige Nasen gehabt. Ja. Du die richtige Nasen und die... Nein, ist ja wurscht. Ja. Warum magst du eine Wurst dazu, die du da hast? Nein, du bist gar lang geholfen, sagen wir mal. Normalerweise einen Kuchen. Ist ja wurscht. Ist ja egal, von was dir schlecht wird. Ja. Ja. Ach, wie ein Kuchen habe ich auch gerade hinter mir. Ja. Mach ich dann natürlich gern. Mach ich, Alex. Ist ja kein Problem. Ich habe es ja noch von vorne angespielt, ob das überhaupt im Multiplayer geht. Jetzt sollte ich den Ausstieg auch von dem Auto stehen können. Nein, von dem Auto. Jetzt fahre ich ja mit dem Auto. Ich bin ja noch besser. Also, du fährst das Auto einmal los. Ja. Ja. Ist morgen Arbeitstag oder ist morgen ein freier Tag? Ich war auf den freien Tag. Ja. Eigentlich schon. Aber nein. Ich glaube, wir müssen morgen wieder arbeiten. Das wird nicht falsch. Ich glaube auch. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass da irgendwas ist. Ja. So. Gut. Ich mache einmal Flugstunden. Die das dynamische Aufnahmen. Ich sage jetzt einmal so. Das Arbeiten. Freiwillig tue ich es ja vielleicht eh gern. Aber wenn es unter Zwang ist, dann nein. Ja. Das ist jetzt momentan... Warte einmal ganz kurz. Das ist momentan jetzt dein Job, was ich da jetzt habe. Weil im Multiplayer hat ja jeder die Zuweisung. Das haben wir müssen drauf kommen, welcher Hof Hu ist Hu. Und das ist gar nicht so einfach da da, gell? Die Oberbayern-Map, ja. Die sind sehr schön geworden. Also da durch die... Servus, KF. Grüß dich. Und danke für den Like. Ist das? Ja. Das ist die Oberbayern. Das ist wunderschön geworden eigentlich, möchte ich sagen. Weil mir die Felder fallen. Nicht nur alles viereckig. Ich fliege einmal die ganze Karte rundum und dumm an. Also der Kirchturmsspitzen noch ist das sogar ein Rottauch-Egern. Super. Jetzt schauen wir, ob die Uhr noch richtig geht. Auf dem Kirchturmsspitzen. Ich verstehe. Daniel sagt es, weil man keine Arbeit hat, dann sucht man sich eine. Ist auch wieder wahr, ja. Einmal haben wir ja eine, ja. Jetzt... Die... 16 Uhr. Nein. Geht in Bayern die Uhr eine Stunde vier? Nein, es kann sein, ja. Was soll das jetzt passen? Ich denke mir, mit Bayern gehen die Uhr zurück, aber es ist ja wurscht. Nicht frech werden, gell? Wie es genau gehen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gehen sie anders. Warte einmal. Es geht, ich kann frech sein. Momentan steht es eh 2-2, oder? Ja. Der Ritschi ist ja momentan außer Gefecht. Deshalb steht es 2-2. Der Ritschi, ein Rindis waren wieder drei Bayern. So. Ist wieder schlechter. So, das ist auch da hoch. Fest... Fest bleibt, die ist im Winterschlaf. Marvin, Marvin, die hat Frühjahrsmüdigkeiten ja gar nicht beendet. Es gibt... Der wird erst den zweiten Fröhling, meinst der, oder wie? Es gibt 8 Höfe drauf. Einer davon ist halt Biogasanlage, also 7 Höfe dann, und die 8 ist die Biogasanlage. Da ist einer, drüben ist einer. Ich zeig das dann einblendet. Das ist die Bayerabenduhr, ja. Ja, in der Zeit hab ich noch nicht Feierabenduhr. Das ist die bayerische Feierabenduhr. Ja genau, das machen wir so. Da müssen wir schon fast fertig sein. Die Beamtenuhr. Habt ihr alle die Kirche gesehen? Das ist das Gebäude, wo an der Uhr der Turm dran hängt. Ich denke, der Gulder nicht, gell? Die Uhr hält den Turm zusammen, meinst du, oder wie? Ja, der Größen hat schon. Wann machen wir da nicht schlecht? Sich ich da 16 Leute erinnern? Wow. Die ist auch schön. Alex, ich muss ehrlich sagen, dass alle was durchschauen, die was nicht kennen. Diese Map ist wirklich schön. Ich hab's in Nenzern auch nicht gespielt, weil man zu viel Mots gebraucht hat. Und die haben sich mit manchen anderen nicht vertragen. Und das war dann immer das großartige Problem. Also die ist wirklich schön, muss man sagen. Wenn ich jetzt die BDA-Karten einblende, ein bisschen, machen wir es so. Sieht man das? Du hast 8 Höfe und die Wiesen und alles. Ich würde die Wiesen auch angelegt haben normalerweise. Das war es nicht, habe ich vergessen. Jetzt hat sich die Wiesen auch. Es sind sehr viele Wiesen da drauf und nicht groß alle. Also ich muss sagen, sie gefällt mir sehr gut. Und sie hat 35 oder 36, jetzt muss ich anlegen, Bodenwinkel drinnen. Also sie hat mehr Bodenwinkel als wir im Original. Also sie hat sehr viel Bodenwinkel drinnen, ja. 36, glaube ich, sind so, wenn man nicht weiß. Erst was ich gesehen habe, 34 oder 36. Ich muss jetzt lügen. Aber in der Realität ist eigentlich Oberbayern ein bisschen bergiger, als wie es da dargestellt ist. Naja. Die ist brutal bergig. Mal, die ist aber. Wenn sie weiter hinten kommt. Es ist, sie ist. Ich bin sie kurz angefahren. Man kommt schon teilweise an die Grenzen. Kein größer Bier. Es kann jetzt aus der Vogelperspektive ein bisschen teuschen. Wenn sie da kurz für alle Plattformen erschienen ist. Felsbrunn ist rausgekommen. Okay. Ich habe es gar nicht angeschaut. Okay. Der ist vor ein paar Tagen rausgekommen. Ich habe es nämlich auch schon runtergeladen. Und ich habe frei alles umgebaut. Also das, was am Anfang tut, steht vom Hof alles weg. Und ich habe da alles ganz anderes zielbaut. Aber es ist mega schön gemacht, die Felsbrunn. Ich habe es im Einzelnen schon gerne gespielt. Und im 2022 ist sie ja wieder total im Jahr gespielt. Okay. Wann die Wochen ist die auch so gekommen? Okay. Muss ich mir dann einen Kollegen anschauen? Ja. Die letzte Woche ist die gekommen. Die ist auch gleich von Kollegen vorgestellt worden. Die hat sie vorgespielt. Ich muss das jetzt sagen. Ist ja kein Problem. Die sind ja eh alles freund von uns. Das ist kein Problem damit. Ah, der Thomas. Der Thomas. Der darf ich jetzt sagen. Ich habe es nicht gewusst, dass er den Thomas gemeint hat. Du darfst das ja ruhig sagen. Ich bin da nicht so. Weißt du, was ich meine? Das ist nicht eine Werbung bei mir, wenn es für Thomas ist. Das ist ganz normal, wenn wir bei Thomas immer sind. So wie der Alex, der ADK. Das ist keine Werbung, was er da macht. Das ist normal, weil wir Fremde sind. Und bei dir genauso. Man ist Freunde. Ich sichte ihn nicht als Konkurrenz oder als Mitbewerber. Auf YouTube, man ist ein Freund und Ausländer. Ja, das habe ich schon gewusst, dass du Standort nicht bist. Das ist eine mega... Ja. Ja, ich würde mir das dann... Wenn ich jetzt sage, ich würde mir das dann irgendwann anschauen, ja. Da muss ich gleich mal liegen, weil ich glaube, ich habe nicht einmal Zeit erwarten. Momentan bin ich in privaten Traktorfieber, das muss ich sagen, in Oldtimerfieber. Ja, ja. Ja, wirklich. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe einen riesigen Spaß jetzt wieder. Nicht nur, dass ich da am Computer sitzen tue und sowas. Ganz ehrlich, dass ich da wirklich raussehe, draußen was mache, wieder repariere. Und ja, das habe ich früher gern gemacht, solche Sachen. Und dann hast du eine Wohnung und drüben sind weiter die Großleute, was die haben dort nicht und sagen, nein, musst nicht. Und das ist ein Blödsinn, weil das eh alles hin, ja, gar nichts ist. Und das kostet alles so viel. Was man selbst machen kann, kostet natürlich, gell. Also ich bin ehrlich, ich habe jetzt auch Satzteile in 188 eingesteckt, an knapp 1.000er. Und das ist aber ziemlich, ziemlich viele Neuteile bekommen. Ja, man muss ja wissen, wo man es bestellen kann. Da geht man halt im Internet lang genug suchen, gell. So ist es ja so. Auf IPC gibt es das schon länger, so wie ich es gehört habe. Wie gesagt, Kev, das weiß ich jetzt wirklich nicht, ob es es dann länger gibt, gell. Ich vertraue euch. Schon mal eine Game, die ein bisschen die Futsch-Version war. Aber die, wo du jetzt spielst, das ist die richtige. Nein, Sie meinen jetzt von der Felsbrunn. Wo, glaube ich, reden Sie, schreiben Sie jetzt gerade momentan. Der Hadl hat schon recht. Es hat einmal eine Version gegeben, aber die waren jetzt nicht so besonders. Findet sich. Also, ich muss sagen, die ist jetzt gut. Aber für einen Singleplayer, wenn ich jetzt so gespielt hätte, wir müssen wahrscheinlich den anderen runterladen. Und ich habe aber nicht geschaut, Singleplayer oder anders, ja. Ich muss mir das wirklich, wenn der auch so schreibt und der schwört so und der schwört so, dann muss ich mir das wirklich anschauen, die Felsbrunn. Nein, ausschauen musst du es unbedingt. Der ist wirklich sehr schwer. Wer hat den abgemacht, weiß das einen zufällig. Falscht, egal. Ich konnte den auch noch schauen. Egal, vergiss. Also, warum steht bei mir die ganze Zeit der Chart nicht an? Felsbrunn 22, äh, Herst... was? Hersteller Chains. Hersteller Chains, okay. Nein, Hersteller Noon. Noon, okay. N-O-N-E. Autor... Noone. Noone? Ja. Autor, der Lord. Mhm. Der Lord. Der Lord. Ja, genau. Der hat aber ein paar Mäcke rausgebracht. Das ist nicht die erste Film. Der Lord Voldemort. Hersteller Noon, ja. Wir haben schon spekuliert, Noonne wird, weil ich nicht die Kloster-Schwester hergestellt habe. Aber auch. Ja, schon. Nein, ja. Der eben steht in Kämmerlein unten, aber auch so, aber auch so. Das kann man nicht so genau sagen. Wo ich mich frage, wie das geht. Naja, Fehler werden immer auftauchen. Also, es gibt, glaube ich, fast kein Moda oder irgendwas, das, was komplett fehlerfrei rennen wird. Es wird rot, genau. Das ist. Genau. Jeder, der hat ein bisschen Ahnung hat von Moden oder von Mappen oder Mappmachen oder sonstiges, ist egal was. Du kannst noch so 20 Tester haben oder was. Es wird immer passieren, dass irgendwo ein Fehler ist. Das ist einmal so. Wenn es nur etwas Optisches ist. Mhm. Ja. Aber wenn es dann gravierende Fehler sind, so wie es zum Teil Giants macht. Das hat mich jetzt ja gewundert, dass das jetzt nicht kommt. Aber es ist die Wahrheit. Das ist das, was mir... Das ist das, was mir... Dankeschön für die Abo. Keine Ahnung. Jetzt auf einmal sind es wieder zwei Merkwarten vorher, waren es so wenig. Ich weiß nicht, an was das liegt. Oh! Oh! Alex! Alex Heming! Ich grüße dich sehr aus, mein Freund. Alex tut mir leid, dass ich momentan hin und vor einer Zeit habe auch der Tier um mich zu schauen. Tut mir echt leid. Ich komme wirklich nicht dazu. Aber im Winter, da habe ich wieder, glaube ich, Zeit. Oder auch nicht. Ah! Oder ist er eh live auch? Kann sein, dass der auch live ist. Weil er kurz eine schreibt. Guten Tag, Herr Namensvetter! Wo ist denn dann der Dünne? Wo ist denn der Ritsche? Haben sie das jetzt angeholt oder was? Oder was ist jetzt mit ihm passiert? Achso, der wollte auch wieder kommen, ne? Der ist ja doch irgendwo herrinnen. Der wird an der Dacherin hängen geblieben sein. Das ist so deppert. So, jetzt kriegt's. Was haben wir gestern in meine Torten eine Woche? Leidl, ich muss euch ganz sagen, der, was du schon, oder egal wie er jetzt da ist, ich sag jetzt, mach es mal unter der Woche, wenn wir Zeit haben, im Discord zu. Also das ist nicht immer gestützt. Mach es mal wirklich so mit Erwin und unter uns. Ja, da rennt ein Blätsel nach dem anderen. Also man merkt, man versteht sich recht gut untereinander. Und da darf man schon zu allen einmal sagen, du bist heute wieder blöd. Aber heute bist du wieder blöd. Und er geht aus und nimmt sich ernst und ist genauso. Das ist das Schöne an der ganzen Geschichte. Deswegen sage ich, ist mir das wurscht eigentlich. YouTube ja, so zu sagen, wenn man Spaß hat und wenn man die Leute kennenlernt. Und die ganzen, alle, die dort sind, muss man ja ganz ehrlich sagen, ist durch YouTube zusammengekommen. Und der ganze Discord bei mir und überall. Und wenn du einmal den Alex ADK nimmst und wenn ich den Alex Gaming nimm und den Dashy nimm. Und den Gaming Ball in Simon oder M. Philipp. Ich streite mit keinem vor denen. Ich bin mit allen gut. Die Pfälzer natürlich und alles. Wenn ich alle mitnehme, hat man alle durch YouTube kennengelernt. Wir haben jetzt irgendwo eine gute Gemeinschaft geworden. Norbert und der Martin. Also muss ich immer sagen, das sind ja die Moderatoren, die wirklich immer da sind. Und schauen und Tipps geben und so weiter. Das ist ein gutes Ergebnis. Es ist wurscht, es ist aber so. Norbert, du kannst nicht alle fünf Minuten oder immer da sein. Es hat auch jeder ein Privatleben. Und wenn jetzt der, weiß ich nicht, der streamt und der streamt. Du bist ja bei mehreren Moderatoren und was. Das ist nun mal so. Und das nimmt keiner böse, wenn einer nicht kommt. Oder ist momentan nicht da. Das ist alles so, wie es ist. Alles okay. Ja, weißt du. So was am Anfang scheint. Andere. Produktionen. Ah, die Produktionen. Opa. Ja, du tue gleich die Wiese mitpuppern. Weil ich weiß nicht. Wieso bist du das live, Alex? Ich meine Alex Gaming, aber der weiß eh, wenn ich meinen. Die zwei wissen eh, wen ich meinen. Ich müsste nachher wieder ADKs haben und Alex Gaming, weil sonst kommen wir noch durcheinander. Alex Gaming hat wirklich geschrieben, zur Zeit ist er kaum live. Ja, dafür habe ich gefragt, warum. Warum? Warum? Ja, ich werde mich bemühen, langsam zu sprechen. Weil sonst schimpft der ADK sowieso wieder. Ich glaube, der hat uns gut verstanden. Alex, hast du mich gut verstanden? Nein, die Hälfte ist nicht, was er versteht. Das weiß ich. Dafür, wenn ich mit ihr drinnen bin im Stream und dann geht es immer ein bisschen mehr nach der Schrift. Wer ist wieder da? Ich. Ja, ist schon wieder da. Wir haben schon geglaubt, du bist irgendwie abhanden gekommen. Nein, ich habe unverhofft einen Besuch bekommen. Ja, macht ja nichts. Er hat eine Freude nehmen von meiner Tochter abgeholt. Aha, ja. Der Erwin hat gehandelt, was er auf der Dachrenner verirrt hat, hat der Erwin gesagt. Ja, der Erwin hat gesagt, du bist die Dachrenner auf und oben geraten, dass sie die Nachbarn schon beschwert haben. Dann hat der Erwin gesagt, du kannst zurückspulen, du kannst das hören, was der Erwin gesagt hat. Nicht wir. Übersteigt jetzt mein Erinnerungsvermögen, aber wenn der Erwin das sagt, wird es schon so sein. Ich weiß nicht. Es ist im Zusammenhang mit Otto Walckes, weil der hat auch erzählt. Seine Mutter hat sich beim Gardinenbügeln, ist von der Lautung gefahren, hat sich einen Fuß gebrochen. Und was mit dem Treppensteigen schwierig geworden ist, ist sie bei Dachrenner auf und ab geraxelt. Nein, ich wüsste jetzt keine Dachrenner bei uns im Hof, die mich auch halten dürfte. Der Hartl kriegt sich jetzt oben, das habe ich jetzt von der Weide gehört. Der hat das Mikrofon kurz stumm geschaltet. Da hört man das. Der birgt sich momentan. Der ist rausgegangen, der ist im Nachbarzimmer und lacht wie ein Wahnsinniger. Der wird mir jetzt demnächst rechnen von seinem Doktor schicken, weil er sich krank gelacht hat. Tja, der Alex, ADK hat schon geschrieben. Didi, denke bitte daran, ich bin Sachse, rede bitte langsam. Aber wenn ich so langsam rede, habe ich sicher die Zeit überzogen. Also die Senderzeit. Der muss deinen Namen abändern, dann darf es nur noch Frank Elstner heißen. Warum? Der hat auch laufend überzogen. Achso. Ja, genau. Achso. 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 Ich habe die Nachfolge gesehen. Das war bei Alex. Auf dem Stream gerade auf 148, damit es langsamer ist. Achso, du meinst jetzt wieder? Okay, das kann auch sein. Ja, weil dann höre ich alles. Mhm. Aber Alex, da musst du bemühen, schneller zu schimpfen vielleicht gleich, dass ich wieder ausdabe. Schneller zum Schimpfen? Ah, Käff ist aus Thüringen, oder? Okay. Da könnt ihr euch auf ein Bier treffen. Der eine ist in Urlaub und der andere, die da arbeiten, sagen wir so. Der ADK ist in Urlaub die Wochen. Und mein Kaffee ist wieder laufend, weil ich die Hälfte verschickt habe, weil wieder der Erwin einem so einen blöden Schmäh gerissen hat, während ich drüber habe. Aber das sind die Anfänger, gell? Wer im Sommer Urlaub braucht, ich mache ungewohnt Urlaub frei. Ungewollt meinst du? Nicht ungewohnt, oder? Ungewollt. Ich verstand, ungewohnt. Ungewollt würdest du sagen. Nein, ich brauche keinen Urlaub, um frei zu haben. Mhm. Du kriegst so auch frei, gell? Interesse haben, wie das funktioniert. Anlaufnehmer am Fußbärfeil, steigen und warten. Oder vier Wochen oder sechs Wochen frei. Ah, tja, auf geh. Das tust du sehr laut, oder? Sei froh, dass du inzwischen schon alles fast gemacht hast in der Landwirtschaft, oder ist noch viel übrig? Jetzt, dann geht es wieder los, aber ich habe echt Glück, weil zwei Nachbarn haben es jetzt schon spitz gekriegt, dass ich außer Gefecht bin. Die haben heute schon angerufen, aufs Heifer können. Mein Onkel hat sich schon angeboten, Michael auch hat sich schon angeboten. Irgendwie komme ich schon durch. Also speziell die Maschinen, die nur ich fahren kann. Weil das System oder sonst was brauchen, da ist doch noch eine einzige Tätigkeit. Alles andere ist Gruppen, Gründungen, Seien, sowas. Das kann eigentlich jeder machen, der ein Pilot fahren kann. Mhm. Ja, richtig. Genau. Ich komme auf jeden Fall nicht in Frage, weil ich kann nicht fahren mit ihm so einen Teil. Ja. Oh ja. Die kauft, die stellt einen Lenz Bulldog in. Zur Ernte, wenn es passiert war, hätte ich dich angelernt. Zum Mähdrescher fahren. Ja, da gibt es schöne Fotos bei mir im Discord. Komm sehen. Ah, Alex, sag ich schon. Ich trottel. Der Ritchi und Erwin in einem Mähdrescher. Das war Bayern ab Rügen. Ja, Ritchi, was du zum Glück im Stream siehst, ich habe sogar dein Gewicht zur Ehre genommen heute. Das ist Beschwerung. Wahrscheinlich. Zwei Bayern, zwei Bayern in einer Kabine, oder? Ja. Aber nicht in der umgeleine Kabine. Nein, nein, nein. Da ist nicht einmal langsam gesprochen worden in der Kabine. Weil jeder den anderen verstanden hat. Ja. Aber ich verstehe gar kein Problem, auch wenn ihr schnell spricht, ist gut. Das ist auch ein schönes Gericht. Ich bin ganz gerührt, bin ich. Ja, die Werbung von Ritchi, wie gesagt, der, was noch nicht hat, klickt auf seinen Kanal. Das ist das Zeichen, wie hat der dort. Das Bild, sagt man dazu. Nein, das Titelpilz heißt jetzt nicht. Alles Ding, alles, alles, alles. Nein, ich glaube, das fällt schon rein. Als Avatar, glaube ich. Ja. Nein, aber da ist was anderes. Das ist das, was da so mit ist. Das heißt nicht so. Ah, wie heißt denn das? Das ist schnell. Nein, mir fällt es auch rein. Ja. Ich bin gut. Dann kommt es ja auch. Aber ich weiß nicht, wenn wir es nicht haben. Hm. Das war jetzt zu schnell. Da war der Erwin, wenn das eh schnell hat, das gekriegt. Das wird mir irgendwann einmal geändert werden. Das weiß ich jetzt schon. Das Gewicht hat irgendwie jeder. Ja. Am nächsten Tag oder so. Das Gewicht haben sie auch nachgebaut. Das hat von Richi, das war von dir bekannt. Oder wer war das? Mit der letzten oder wie ist das? Ich hab's real gebaut und der, der wir es für den L.S. 19 gebaut hat, den hab ich mal über ein paar Abarbeiten kennengelernt, schon über Internet. Aber das ist mittlerweile bekannter von mir. Der hat sich für den L.S. 19 schon gebaut. Genau, genau, richtig. Der hat sich für einen 22er nachgebaut. Genau. Also das Gewicht, was da oben ist, wenn du es wissen willst und alle, gibt's real. Und das hat der gebaut, der was gerade da hinten geredet hat. Das ist richtig. Da gibt's keinen Baubericht dazu, wenn ich die Werbung mache. Genau. Das darfst du jetzt. Zu dem realen Gewicht. Also du hast das nicht gehört. Für mich gibt's Werbung nicht. Von der Seite, ja. Weil wir schauen mittlerweile alles so irgendwie. Das ist schon Freundschaft. Das ist ja gar keine, ich weiß ja nicht, was wir da sagen. Das ist keine Werbung. Ja, trotzdem mag ich da immer lieber noch Fragen. Nein, ich weiß nicht, wie oft ich dir das schon gesagt hab und geschrieben auch. Ja, willst du das Ding hast, bitte in Discord hau's gleich rein über YouTube Werbung. Nein, er schickt mir schon wieder privat. Und ich will's wieder dann unmittelbar. Ja, weil ich mir da irgendwie blöd verkehme, wenn ich die Tatsache nachgerechnet mit der Werbung. Nein. Du darfst das. Da bierst ein Discord da. Da bierst das da. Das ist dafür da. Ich hab ihn für sonst nix anderes. Irgendwann glaub ich das und dann müll ich dich total zu. Das willst du dann auch nicht. Das ist mir egal. Ich hab das eh ausgeschaltet, dass das lauter Piep so geht. Bei mir. Achso. Ja, naja. Es ist das Blöde, wenn du jetzt im Stream drinnen bist und das die ganze Zeit piep 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 gehen wird. Ich hab's aber auch ausgeschaltet. Bei mir ist es so, dass du ein Laptop ja zugleich mein Arbeitslaptop bist. Und dann in irgendeine... Beschprechung und dann geht's los, gell? Ja, ja. Am Gebiet. Das ist... Wie gesagt, die Nightpots rennen eh bei alle durch. Von Erwin ist gerade, von Erwin Ernst rennt es gerade durch. Von Ritschi rennt der Nightpot durch. Oma hat es ja bei Basale gehen, von Alex, von Czocchi kommt dann an. Wer fällt dann an? Vier müssen durchrennen oder fünfmal. Wenn er nicht faul ist, geht an der Nightpot. Und der Nightpot ist auch noch gesperrt. Aber Ritschi, ich muss trotzdem sagen, Dankeschön, dass du reingeschaut hast. Nicht, ich geh jetzt, gell? Aber dass du mir gesagt hast, dass wir gesperrt waren. Ich hätte nicht mehr daran gedacht, weil ich hab am Vormittag, irgendwann am Öwe, oder ich weiß nicht, wann es war, hab ich nämlich geschaut gehabt, gell? Und da war keiner gesperrt, dafür hat mir das so gewundert. Ich hab mir gedacht, bevor ich jetzt meinen Mop im Beauftragten anschreibe, frage ich lieber nach, dass er gesehen ist. Also da wurde es nicht gewappt, da wurde es nur gesperrt. Ja, nein. Ich hab mir nicht befreit, dass jetzt... René, servus, grüß dich. Servus, René. Servus, René. Ich mach das normal automatisch, aber da tue ich jetzt wenig streamen wieder. Ich hab jetzt sehr wenig Zeit gehabt, wo ich auf das jetzt nicht einmal gedacht, gell? Ja, das passiert schon, das kann passieren. Aber ich glaub, dass das gekommen ist, weil am Samstag, wenn wir gestreamt haben, da hab ich müssen ziemlich viel sperren. Der Erwin ist leider Gottes erst spät gekommen. Der Joachim war weg von den Moderatoren. Ich hab nicht die Leute müssen sperren, sondern die Lieblingsseiten, die da herkommen, gell? Ja, weil der weiß blau, nicht der weiß blau, die spanischen Geschichten, die französischen oder russischen. Ich war kurz da, ich hab's dir nicht gesehen gehabt, aber da warst du schon. Ja, und dann hab ich das schnell gesperrt, und dann passiert's öfters, wenn das ist, dass andere Leute ein paar Tage später mitsperrt. Ist mir schon aufgefallen, aber ich weiß nicht, ob das die Wahrheit ist. Ah, okay. Ich kann's nicht hundertprozentig sagen, ob das die Wahrheit ist. Wär's jetzt rausgefallen oder reingekommen? Ich seh das nicht, ich hab das gerade nämlich nicht offen. Ich hab das runtergelegt. Äh... Der Hatler. Der Hatler, ja, dann hat er wieder eine schlechte Verbindung. Der hat mein Internet mit Discord momentan wahnsinnig. Ja, ich hab bloß auch. Ich bin von mir aber auch nehmt, Madame Didier. Echt? Man hat's auch nicht richtig. Hab ja Internetprobleme mehr. Weiß zwar nicht warum, aber es passiert's halt mal. Also, ich momentan... Da wo ich den Anfänger gewechselt hab, weißt du? Und einen anderen genommen und hab auch... Ich momentan nicht zum Glück, gell? Äh, und danke für den Like. Ich glaub aber nämlich, jetzt ist es gerade vorher. Einmal hast du geschaut, eine Unterbrechung vom Stream. Ich glaub nämlich ganz stark, weil ich nämlich die Leute entsperrt hab, war einmal kurz ein schwarzes Büttepunkt. Aber jetzt weißt du, das muss ich mir nachher mein Studio anschauen. Ich bin glücklich so dumm, was da vorher passiert. Hm. Oder es passiert, dass das gerade Update macht, weißt du? Dann hab ich ja kurz mal eine Auswahl... Ah, hat's eh grad geschrieben, schau. Das Internet. Ja, ja, ja. Trägs Internet. Ja. Was ist mit dir... Also... Will mir einer sagen, dass der nicht steuer ist? Hallo? Äh... Was ist denn das jetzt für einer? 6 130er. Der mag mit dem Kalk da nicht rauf, eh? Hm. Ja. Jetzt weiß ich warum. Ja, es ist doch bergiger, als es vorhin ausgeschaut hat. Jetzt weiß ich warum. Ja, jeder hat es vergesse, die Handwäldern lassen. Ja. Ja, klar. Musst du jetzt wirklich alles verroten, oder? Entschuldigung. So. Ja, dann gehen wir mal Allrad. Es war ja ein Allrad. Ich will alles ab manuell. So, jetzt schauen wir, ob's jetzt besser geht. Ja, bitte. Jetzt geht's jetzt auf einmal mit 11.5 kmh, hm? Ich hab mir gar nicht geglaubt. Ja, das muss jetzt kommen. Geht's ja nicht. Na ja, ohne Allrad geht da nix. Ja. Aber es ist eh interessant geworden, dass das mit der VCA, mit dem ganzen, wirklich dann so mitspielt, wenn du keine Allrad und nix eingeschalten hast. Verbindung weg, Fragezeichen, hm? Was? Ehrlich? Das merkst du sofort, wenn du die VCA, wenn du das Allrad und Zeug nicht einschaltest, das merkst du sofort. Ja. Das hab ich gar nicht erlaubt. Ja, aber ich hab's grad in dem Grund wirklich, dass das irgendwie... Es ist irgendwie real. Du musst sagen, was du willst. Es ist trotzdem nur ein Spiel, aber... Ja. Nein, ist ja nicht. Passt schon. Ich kann ja auch. Ich hab's eh mal probiert mit dem VGA auch, aber das ist echt toll, Alter. Ja, das ist... Wer einer das mag, das ist klar. Ich hab's eh probiert, aber... Okay, Hartl, dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß dabei. Als Internetspinnte, die sind ja mein Handy wahrscheinlich drinnen. Ah, okay. Jetzt geht der Mauerwerk ausmachen. Also, real life. Wenn es nicht geht, dann sagst du es einem Pater. Sagst einfach Pater Madhu. Papa Madhu, ja. Oh Madhu. Nicht ein Papa, ein Pater. Ja, der Pater. Das gibt es bei uns vom Heinlinger Lied und eigentlich ein Gedicht. Aha, okay. Oh Madhu, na Pater Madhu. Wie geht es dann weiter? Pater Madhu, das hat auch der Fredl Fessel eine Version. Achso, okay. Jetzt suche ich es einmal schnell. Oh, na, du. Oh, okay. Der Pater steht am Wiesenrand und hält mit der Sensen in der Hand. Er müsste jetzt das Gras wegschneiden, aber müsste es und lässt sich treiben. Da kommt ein alter Mann daher. Der Pater schreit, Mann, da gehst du her. Du nimmst jetzt zuerst in die Hand und machst die Wiesen bis zum Rand. Der Mann schreit, ja, wer bin denn? Der Pater lacht und legt sich hin. Hey, wo, wo Madhu? Na, 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 Pater, Pater Madhu. Ja, Martin, der Pater auch. Ja, Martin, der Pater auch. Sagt, wo? Martin, der Pater auch. Na, wo? Der Pater, der ist nicht. Der Pater, der ist nicht. Ja, bravo. Das ist ja das reinste Wortspiel. Ja, die haben wir gar nicht so gemerkt. Da hätte ich mich jetzt dreimal aufgehängt. Also, da hätte ich mich jetzt dreimal aufgehängt. Das muss ich jetzt ehrlich sehen. Das ist ja ein reiner Zungenbrecher. Achso, ich habe ja einen Pater, Blei, also einen Schmetterling. Achso, jetzt... Jetzt hat sich das auch kapiert. Er hat auch alles gemacht. Butter. Butterfly, oder? Nein, ich habe jetzt ja gerade die Hälfte gelesen. Da denke ich mir an Butter. Okay, dann läuft es ja wie geschmiert. Ja, ja, ja. Der Pater ist der Patres. Quasi ein Kloster. Ein Kloster. Mönch, ja. Genau, genau. Das weiß ich auch, ja. Ich habe mir meinen Pater Baukerl gehabt. Hast du den gekannt? Nein. Nicht? Das war in Österreich eine Figur. Pater Baukerl, das war ein Mönch. Der ist meistens hinten drauf. Also eine Figur. Also nicht ein wirklicher. Sondern eine so kleine Figur mit 30 cm. Die haben es wahnsinnig gerne hinten die Autos stehen gehabt. So wie manche in der Huda-Plage den Wackeltackel. Bei euch in Bayern. Sozusagen Frühjahrszeiten. Und auf den hat man einen Schädel draufhauen können. Und dann ist in der Mitte was rausgekommen. Ich kann es jetzt nicht sagen. Wir haben ja jetzt 16 Uhr. Die gibt es halt nur die Leute, wenn man am Schädel draufhauen kann. Am Schädel hat gut was raus. Ja, ja. Aber meistens Blödsinn. Ich glaube bei unserer Burgfester Zeit ist das auch so. Wenn man mit dem Mauskrieg einen Mann und einen Schädel draufhauen kann. Ich war ja am Samstag in der Notaufnahme wegen meinem Scheißdach. Wegen Scheißdach? Das hört sich gut aus, ja. Dann hat die Krankenschwester zu mir gesagt. Endlich einmal wieder, weil sie sich selber wählt und nicht in der anderen. Hast du auch gesagt, wie es passiert ist? Ja, dem Doktor. Die hat gar nicht recht gefragt. Also die hat dann schon gesagt, uiuiuiui. Und dann habe ich gesagt, ja, Fußball. Dann hat sie gesagt, na ja. Hast du nicht gesagt in Ihrem Alter, lasst mir das lieber bleiben und lasst mir das nicht mehr lieber? Nein. Wobei, das war das Interessante. Sie war die Einzige, die von Weiden schon eine Diagose abgemacht und die hat gestimmt. Echt? Und die ersten zwei Ärzte haben gesagt, der kann auftreten, kann nichts gebrochen sein. Und der zweite hat dann aber nochmal hingelangt und hat gemeint, ja, Röntgen ist ja mein Licht dann doch lieber. Und dann haben sie mich dahinter geschickt und dann marschiert dahinten. Da hat sie mein Gechel angeschaut, hat am Fuß angeschaut und hat gesagt, ein Wunder, dass sie noch gehen können. Okay. Gut. Und dann hat sie Röntgenbüttel gemacht und hat gesagt, war mir klar. Ja. Und dann bin ich zu dem anderen Arzt nochmal gekommen und hat gesagt, das hätte jetzt nicht klappt. Und ja. Es ist tatsächlich so, dass die Schwestern stehen, weil sie mehr drauf haben als die Ärzte selber. Na ja, die sehen das halt den ganzen Tag. Ja. Die sägt ja Röntgenbüttel dazu, der Arzt. Dann wechseln sehr oft einer die Ärzte. Weißt du, der die Ärzteuntersuchung macht, ist dann wie der anderer, der dann eine Diagnose stellt. Das habe ich in der Notaufnahme auch schon ein paar Mal gehabt, was denen dann wieder alles jetzt heißt. Und dann der fragt, was ist denn eigentlich passiert? Na ja, Moment einmal, das habe ich doch heute schon zwei Mal gesagt. Na ja, weil der eine nicht mehr weiter weiß, das braucht nur einen Kollegen. Ja, du, da geht es der Zeit tatsächlich wegen dem Breakfast dazu. Ich habe den Eindruck gehabt, da war jeder nur noch damit beschäftigt. Das war so um vier, fünf im Nachmittag. Da haben tatsächlich die Hälfte der Patienten schon in Lederhosen und Dürttel reingefahren waren. Das hat er gesagt, glaube ich. Ja, am Freitag hat er das sogar erzählt, gell? Ja. Nein. Selbst geschrieben? Samstag, Samstag. Samstag war es, ja. Bei mir passiert etwas. Da warst du aber nicht in der Chat drin. Da hat er das nur geschrieben, glaube ich, gell? Da habe ich geschrieben. Genau, geschrieben hat er es ja. Sonntag war ich jetzt beschäftigt. Ja, genau. Dann haben wir momentan in Straubing sozusagen die Schäbenentferner-Hochsaison. Also sie hat gesagt, so schlimm war es gefühlt eigentlich noch nie, was ich wahnsinn finde, wenn sie sagst, jetzt ist zwei Jahre nichts mehr gewendet. Und dann sagt die, sie können sich nicht erinnern, dass es am ersten Abend so ein Stück war wie so ein Freitag war. Ja, die haben wir jetzt zwei Jahre zum Nachholen. Ja, wahrscheinlich. Nein, ich habe mir gestern gedacht, ich habe meinen Junior nach Plattlingen gefahren am Bahnhof. Nein, der ist jetzt seit zwei Wochen... Hat er die Flucht ergriffen? Ist er fortgeflogen? Hat er gesagt, mit dir ist es nicht mehr zum Aushalten? Nein, der hat jetzt... Nein... Der ist nur, naja, fünf Stunden mit dem ICE unterwegs. In Koblenz ist er. Ah, okay. Okay, ich wollte dir gerade sagen, Richard, der Marvin hat dich was gefragt, aber du lässt nicht bei ihm jetzt anscheinend sein. Nein, auf jeden Fall ist da die sogenannte Bayerische Waldbahn eingetroffen am Bahnhof. Und aus beiden Triebwegen alles in Lederhosen. Also da hat man sicher sein können, wo die hingehen mit der Anwalt, oder? Das habe ich auf der Stelle gewusst. Nicht in die Kirchen, oder? Ich fahre Beikirchen. Ich fahre Beikirchen. Ja, momentan ist es... Egal wo du bei uns hinkommst, jede Bushaltestelle, jeder Bahnhof steht voll mit Tracht. Aber eins muss ich dir sagen, ich verstehe es voll und ganz. Also zwei Jahre jetzt irgendwo, mehr oder minder verarscht, gar nichts gegangen und hin und her und jetzt. Also das ist bei uns. Bei uns, Herr Roma, ganz ehrlich gesagt, nichts anderes. Aber absolut nichts anderes. Ja, weil die Jungen verstehe ich es. Ich muss sagen, durch das, dass mein Papa schwer krank ist, ich habe es mir eigentlich von vornherein vorgenommen, nicht wirklich in der Bührzeit oder so zu gehen. Mhm. Und dann habe ich ja auch selber mal Corona gehabt und gemerkt habe, wie schnell das geht. Ja, das geht sehr schnell, ja. Aber du hast ja ziemlich, hast du nicht einen ziemlich müden Verlauf auch gehabt, oder? Bitte schön, oder war es? Eine Nacht habe ich ziemlich kreislich gehabt. Dann ist nur so ein halber Tag gekommen, der nicht schön war. Und dann ist es eigentlich schon wieder, sag ich mal, wie ein normaler Grip weitergegangen. Aber die erste Nacht war tatsächlich, ja, ich muss sagen, es war eine neue Erfahrung. Nein, ich habe es, ich habe es ja, ja, kurz vor Ostern habe ich es gehabt. Jungs, ich gehe mal ganz kurz an den Grip hin. Und, also ich muss, ich muss sagen, bei mir war der Verlauf, als wenn ich überhaupt nichts hätte. Ach so, okay. Es war am ersten Tag, da war ja, ja gut, da wie ich es gemerkt habe, da war ja noch in der Nachtschicht war ich da noch. Ich habe an dem Tag, ich habe an dem Tag tatsächlich drei Schnelltests gemacht. Einmal daheim noch, bevor ich in die Arbeit gefahren bin. Dann in der Arbeit unmittelbar vor Schichtbeginn. Die waren beide negativ. Und dann habe ich es gemerkt, es baut sich ein Druck auf in meinem Kopf. Ich habe tatsächlich, gleich am Anfang, ich habe Schädel, ich habe Schmerzen gehabt, als hätte ich, was weiß ich, dann habe ich mir für ein Fassl Bier ausgesoffen. Dann habe ich tatsächlich um halbe eins bei der Nacht, habe ich noch einmal einen Test gemacht. Dann war der plötzlich positiv. So war es aber bei mir auch. Ich habe am Nachmittag noch getestet, weil ich mir gedacht habe, irgendwie habe ich ein wenig komisches Gefühl. Der war negativ. Und dann, wie die Nacht die kreisliche war, in der Früh der Test war dann positiv. Na ja, dann bin ich, dann bin ich zurück, dann bin ich zurück zum Kollegen und habe ich gesagt, für mich ist Feierabend. Ich muss gehen. Und das war aber, ja, dann bin ich heimgefahren, ich habe mich dann hingelegt am nächsten Tag. Ich habe, die Kopfschmerzen waren weg. Ich habe lediglich ein wirklich nur extrem leichtes Kratzen im Hals gehabt. Und, ja, ganz, ganz leicht verschnupft. Das war alles. Ja, das ist dann der Idealfall in Anführungszeichen. Meine Buben, die haben es zur gleichen Zeit gehabt. Beziehungsweise der Jüngere, der hat es ein paar Tage vor mir gehabt. Der, als, den sein Verlauf war, als wenn nichts, als wenn er nichts hätte. Und der Größere, der, ja gut, der ist die erste Nacht, dieser Mann hat es schon, hat es schon gekannt. Der ist heimgekommen, hat sich sofort hingelegt, da hat man es schon gekannt. Also da ist er schon mehr oder weniger flach gelegen. Aber ansonsten? Hinterher auch, als wenn nichts wird. Ich bin jetzt einmal schnell... ...off... ...weil nochmal... ...hallo. Bis später. Ja, bis später. Naja... ...dann hoff ich mal, dass ich so schnell wie möglich eine andere Fiesplatte krieg da für den Rechner. ...dass ich da auch wieder loslegen kann. ... ...mei, der mit seinem BMW wieder. ...ja, ja... ...der Angeber, der. ... ...hat's ja die Fiesplatten durchgeschossen oder was? Äh... ...bis jetzt ja noch nicht. Aha, okay. Ah, es kann durchaus... ...je öfter das jetzt den Rechner nochmal starten... ...ja... ...kann's dann irgendwann doch einmal so weit sein, dass... ...dass sie dann gar nichts mehr tut. ...ja... ...aber ich glaub, der wirst du ersetzen müssen. Der wirst wahrscheinlich auch neu rein müssen, oder? ...ja, ja, da... ...muss ich schauen, dass ich die Daten von der Fiesplatten auf die neue krieg und dann die... ...dann die... ...dann kommt die weg. ...ja... ...ja, das ist... ...ja, weil... ...also eine Freundin von uns auch, der hat auch ein Problem mit dem Rechner... ...und ich glaub, dass die Fiesplatten ist, aber... ...schau mal, da sind Urlaub dann an. ...so, Jonas, servus, du warst auch gesperrt, ich bin wieder da. ...ja... ...ja, ich war auch kurz außen, weil... ...bei uns kommt das Wetter nämlich. Aha. ...wann es hat schon ordentlich draussen... ...ja... ...wird wieder ungemütlich. ...wird's wieder ungemütlich. ...ja, weil du denkst, jetzt haben wir heute den ersten Tag... ...was so schön geworden, wie der mal war. ...und jetzt geh ich mich fürs Unleuteißen. Nein, also bei uns ist eigentlich die ganze Zeit jetzt... ...heiß mir, um 32 Grad hab ich grad geschaut, wie ich draus war. Nein, du hast das gehört, der Neusiedlersee unten. Was? ...und ein schwerer Unfall, du weißt, ist ein Badeunfall. Nein. Nein, hab ich nicht mitgekriegt, nein. Nein, ich hab's nicht mitgekriegt. Die Frau hat's mir grad geschickt. Aha. Nein. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Ja, war ein schwerer Badeunfall. Ja, bravo. Nein, da hat's alles da. Hubschrauber alle. Na gut, ich muss ja raus, weil ich muss... ...ja, gut. ...passt auf alle Fälle. ...ne Quatsch, dann wird's vor, gell. Jawohl, Norbert, wir hören sich, gell. Auf alle Fälle, im Gescheid bin ich da noch wieder. Ja, und wenn nicht hören wir sie am Telefon wieder, gell. Ja, jetzt wird's eh dann wieder ein bisschen ruhiger, dann würde ich mich nachher rühren, gell. Ja, ja. Gut, passt. Ich wünsch euch da. Gude, Servus Norbert. Alles klar. Servus. Rutschi nicht mehr da? Der hat sich auch abgemalt. Ach so, okay, super. So richtig verstanden hab ich's nicht, weil er teilweise ein bisschen abgehackt war. Ah, hat er schon wieder abgemalt mit Internetprobleme, ja. Ah, okay. Interessant, warum jeder Schadmacher nicht redet. Das ist so, und beim Norbert, da zieht sich was zusammen. Mhm. Da zieht sich was zusammen, da braut sich was zusammen, ja. Ja, der Petrus hat seine Brauerei wieder aktiviert. Haha. Na ja, bei uns ist erst, erst gegen Ende der Woche, soll der erst was. Ja, da hast du Zeit gekommen, aber länger. Ja. Und dann aber länger anhaltender, starker Regen. Mhm. Bei uns auch. Dann wird wieder alles übergehen, und dann werden wir es wieder perfekt gekussieren. Ja, ja. Ja, ja. Das ist das Problem, weil da kommt wieder alles auf einmal. Die Böden sind hart wie Beton. Mhm. Es kann nichts einsickern, und dann hast du die plötzlichen Sturzfluten wieder dann. Das Wetter ist verrückt. Ja. Wuscht wie man es dreht, es ist einfach verrückt. Hehehehe. Töter der Kegelscheim. Töter der Kegelscheim. Töter der Kegelscheim tut er auch noch. Oioioioioi. Das mag er poltern. Und da hat er gleich einen Polteramt, der Petrus. Mhm. Du einmal musst ich das noch sagen, ich sehe nicht über das Neue. Das ist total schnell noch eine. Warte mal ein bisschen. Dann kommen wieder alle rein. Vorher, weil sie wollen sagen, aber da war es so lustig, dass du jetzt momentan nicht streben kannst. Weil das ist so blöd, wenn man dann die Abonnenten verliert. Irgendwie. Das verstehe ich nicht. Wenn einer vielleicht keine Zeit hat, oder kann momentan technisch nicht. Ich sag mal so, die vier, die jetzt wieder weniger sind, die werden auch so weniger geworden. Auch wenn ich weiter streben kann. Diejenigen, die mich abonniert haben, weil ja meine Videos gefallen und so weiter, meine Streams, die bleiben auch wenn einmal eine Zeit lang nichts kommt. So ist es. So ist es so wahr, ja genau. Genau so ist es aber, ja. Ja, wir sind komplett gleich. Ich hab grad ein Mütter müssen, wir sind komplett gleich. Vier 27. Was? Ist es bei mir wieder einer weniger geworden? Ja. Vier 27, aber beim ja, du musst doch mal schauen, ob eine Partiewerk gesperrt ist, weil der wird der mich dann auch als D abonniert und sagt, das ist ja das ganze Problem, mich hat es nämlich eh stutzig gemacht, weil vorher auf einmal wäre. Nein, ich wenn auf meinen Kanal gehe 428. Echt? Ich sehe 427 bei dir, Erwin. Weißt du, was dir ich sage? Das ist ein Anzeigefehler von YouTube. Kann sein, ja. Ich sehe es jetzt bei dir, 427 und bei mir steht auch 427. Grat aktuell. Nein, Erwin, bist du nicht? Ich kann jetzt momentan nicht. Stopp! Danke, Erwin. Deine Arbeit war es. Deine Arbeit war es. Danke, Norbert. Ich habe vergessen, dass du noch zuschastest, Norbert. Danke. Der mit den schnellen Fingern war es. Ja. Ich habe gerade bei dir im Kanal geschaut, das hat jetzt nicht so weit der Dummel gesehen. Er hat nur gesehen. Ja, ich bin... Ich bin jetzt auch gerade bei mir schnell ernten gewesen auf dem Kanal. Habe ich gemerkt, wie es war, Norbert. Passt zu. Danke. Aber ich hau zumindest Meldungen raus. In dem Moment werde ich angelegt, rutscht wieder alles nach. Ja. Das ist das Problem, weil du hast gleich einen Falschen auch blockiert. Du hast gleich einen Falschen gesperrt. Wie es letztens einmal war, wenn du ihn da gehabt hast, du warst ja auch zweimal hintereinander. Warum bin ich jetzt gesperrt? Warum bin ich jetzt gesperrt? Es passiert halt. Nein, ich habe schon gespannt. Ich habe schon gespannt. Mir ist schon passiert, da habe ich... Da war erst ganz kurz bei mir. Ist ein recht freundlicher junger Mann. Also wenn man es genau nimmt, er ist ja eigentlich ein Kind. Der Yunis. Der war da eigentlich ganz, ganz frisch bei mir auf dem Kanal. Und da laufen auch die... Naja... Läuft auch die fesche Lola durch da. Warte mal. Jetzt steht... Ich habe ihn versehentlich gleich gesperrt. Jetzt sehe ich wieder, die Anja hat auch was geschrieben. Und das sehe ich jetzt wieder da unten im Studio. Oh oh. Ne, schauen wir mal. Darum sehe ich das jetzt nicht im Studio. Hat die Anja auch was geschrieben, gell? Die Feldbauer, oder? Ja, die hat geschrieben, der Scheiß ist schon wieder... Jetzt kommt der Scheiß wieder. Jetzt muss ich schauen. Alle den Scheiß blockieren. Jetzt muss ich schauen. Nein, das brauchen ja nicht alle, das können nur die Moderatoren. Ah, irgendwas ist da jetzt schief geredet während der Blockiererei. Nein. Bis jetzt... Bis jetzt... Bis jetzt... Bis jetzt ich bei mir... Bis jetzt ich bei mir durchschauen darf, wer da blockiert ist. Ich habe so viele Russen und Ukrainer drauf, die blockiert sind. Das war eigentlich jetzt nichts, aber... Was suchst du denn? Da war ja schon lange drüber... Das war's nicht. Der war ja schon lange noch dann Einstellungen anklicken, Studio geht rein, dann Einstellungen, dann gehst weiter zu Community, zu Einstellungen, dann in die Einstellungen unten steht Community als Vorletzter und dort drinnen findest du, wenn es ein bisschen oben ist, da oben sind die Moderatoren und ein Stückchen weiter unten findest du nachher die, die was blockiert sind, was ich mein? YouTube-Studio, gell? Hat sie es ja wenig? Da, da stehen sie ja eh ganz große Einstellungen. Ja, das kann ich da natürlich jetzt nicht helfen, wer sitzt denn denn hier? Und grüß, alles in Ordnung bei dir? Okay. Jetzt hängt alles ein bisschen, das geht nicht mehr. Aber wegen dem brich ich jetzt auch nicht um dabei. Wenn man die Namen lässt, die Namen, wenn man lässt bei mir, der eine ist als Obama Bin Laden, ja, aber du kannst dich alle mal einsperren, da kommen wir eh nicht mehr rein. Du kannst dich alle einsperren, ich hab's auch gemacht, alles einsperren. Weil da ist das ein Blödsinn, weil die Gehekten, also die Seiten, wo sie vorher da gekommen sind, die Love Parade-Seiten und so weiter, die können wir das nächste Mal eh unter den anderen nehmen, die können wir unter denen eh nicht mehr dort rein. Ich bin schon draufgekommen, das kannst du alles aufmachen. Hier wurde ja aufgemacht im Prinzip, immer. Weil wenn sie da hergekommen, kommen sie so oder so, das kannst du eh nicht machen. Ja, bei mir ist alles top, hab Feierabend. Feierabend? Okay. Keinen Feiertag, Chris. Was müssen wir heute arbeiten? Es gibt nur fleißige Leute. Soh, man hat das Wort rein, na richtig. Der Auserwählte. Ja, ja, genau. Was? Der Auserwählte, das hab ich auch mal jemanden genannt. Okay, in Nordrhein-Westfalen ist kein Feiertag. Ist das bei so Gebiet unterschiedlich? Das ist extrem unterschiedlich. Wahnsinn! Also Moment, bei uns, wie heißt das? Maria Himmelfahrt. Ja, das ist eher ein protestantisches Gebiet und dann ist es kein Feiertag. Aha, okay. Danke, Niklas, danke, mein Schatz. Die hat mir den Kaffee gebraucht, also ich wollte der Kaffeemischung stehen müssen. Das ist übliche Leid, gestern das Jahr will ich probieren. Die Javin kann es eh eigentlich lesen, oder was meinst du? Ach so, alter Socke hat er zu dir geschrieben. Der hat es wahrscheinlich nicht gelesen, der ist momentan beschäftigt mit seinen Community-Sperrungen. Nein, passt schon. Passt schon. Ich habe noch einmal durchgescrollt. Ja, das habe ich schon gewusst, dass der Dimm ist. Aber gerade solche Feiertag kann man schon denken, dass er eigentlich sein kann. Ach so, ja. Genau. Das hätte ich aber eigentlich geglaubt, dass er positivere sein kann, oder? Anscheinend doch nicht. Das beicht das Bundesland, oder wie heißt das, eh Bundesland, oder? Nein. Das Bundesland verschiedenes Jahr. Jetzt habe ich schon gewusst. Aber im Prinzip auch komisch. Der Festival Nachteil hat sich unter die anderen. Wir haben gerade zwei Feiertage im Jahr, die muss anders sein, durch die irgendwelche Wissen. Aber die haben einen Vorteil dadurch. Die haben zwei Feiertage mehr wie wir, und bei uns haben sie dann auch Feiertage. Nein, es ist dann teilweise so, dass dann die anderen Feiertage haben, dass es bei uns kein Feiertag ist. Ja, aber bevor ich es wieder komplett vergiss, sage ich auf einmal Servus, Chris. Schalke, Chris. Was? Es wird aber auch gewundert, dass der Thomas gar nicht live war. Oder ist er jetzt? Äh, nein, 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 nein. Der Thomas wird... ...nächsten Tag wahrscheinlich nicht auf Sendung gehen. Aha, okay. Er hat aber da auf YouTube oder was eine gepostet gehabt. Ich hab's gar nicht gesichtet. Aufgrund eines Trauerfalls. Okay. Okay. Ich hab's gar nicht gekriegt. Obwohl ich mir immer die Kloppen aktiviert hab. Das geht gar nicht. Einmal kriegt man die Nachrichten damit nicht, gell. Ja. Eine direkte Nachricht hab ich auch nicht gekriegt. Es ist allerdings anderweitig... Wie heißt das? Wie nennt's jetzt das? Da macht sich ganz plötzlich... Okay. Da macht sich da so ein Spalten auf und die heißt neueste Beiträge auf YouTube. Genau, genau, genau. Das sehe ich immer. Aber da gibt's normalerweise... Wenn man bei denen die Glocken aktiviert hat, so wie bei dir oder was weiß ich, die ganzen Bekannten, ADK... Ist egal, alle... Manchmal ist es so, dass man die Glocken einmal deaktivieren muss und wieder neu aktivieren. Ah, okay. Das hab ich gar noch nie gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Ah, hat das eine gepostet. Ich hab's gelesen, ja. Jetzt hab ich nicht vorgelesen, ich hab's ja gelesen. Ich hab's gelesen. Na, ich glaub doch mein Stream am Ende der durchgeblieben. Das steht vor 2 Stunden. Und er steht vor 2 Stunden. Wie also genau. Ja, das ist es wirklich. Ja. Ich hab's gelesen. Komm-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Bei mir steht aktiv ein Livestream seit 65 Minuten. Hier steht so zwei Stunden. Und zwar steht es bei mir 65 Minuten, weil vor 65 Minuten habe ich deinen Livestream bei mir aktiviert. Seit 65 Minuten schaue ich zu. Darum steht da bei mir der Livestream seit 65 Minuten. Jetzt wenn ich oben auf den Aktualisieren gehe, dann zeigt es mir die Zeit an, seitdem der Livestream tatsächlich läuft. Okay, so in einem Likobot. Ich habe mir jetzt echt gesagt, schau, das ist hügelig. Schau dir das an. Das ist nicht flach. Ja, ja, jetzt aus der Perspektive, da sieht man es, dass es eigentlich recht schön bergig ist. Schön bergig, hügelig. Es ist... Über 300 Besschlepper, wenn du es nimmst, also da 310, der 250er, der Neuche, also puh, der blockt sich da, wenn ich ganz ehrlich bin, oder die wurden nicht geblockt. Ja, nein, da sieht man es recht schön. Aber vorhin aus der Vogelperspektive, wie du drüber geflogen bist, da hat es relativ flach ausgeschaut. Ja, schön bergig. Was du, warum regalte ich jetzt, das muss ich mal erklären. Vorbieten Mats hat da... Da hat da einige optische Veränderungen vorgenommen auf der Seite. Ja, genau. Die waren gestern nicht erreichbar eine Zeit lang. Vorbieten Mats. Bei Marvin ein Schwung war ich auch dort, ja, aber ich habe wenig Zeit gehabt dort Wochenende. Samstag habe ich mir das ganz kurz gestohlen. Ja, man hat auch ein anderes Leben, oder, außer das YouTube und Lampage schon zu mal autospielen. Ja, das auf jeden Fall, ja. Ab morgen 13 Uhr habe ich wieder ein Arbeitsleben, bis Freitag 21 Uhr. Er hat wieder Nachtschicht, gell? Spät? Spät. Ja, ich würde sagen Nachtschicht. Und ab kommenden Sonntag dann ist der Schichtwechsel, jetzt mache ich am Freitag um 9 Uhr auf die Nachtmache feiern und am Sonntag auf die Nacht um 9 Uhr fange ich schon wieder an, das ist dann meine Nachschicht. Bravo. Also das Wochenende, sehr kurz. Mhm. Jetzt gibt es, ich sag den, für PS4, genau, den gibt es ja, seit der Woche habe ich ihn gesichtet, den 900er Favorit gibt es ja für die PS4. Richtig warm. Ich habe ihn zwar drinnen, aber ich benutze trotzdem weiterhin einen. Ja, kann ein bisschen mehr. Gibt's das? Warte. Sind ja tatsächlich heute Monsky mal aufgenommen. Ja, das ist recht. Warte. Na ja, der Schlepper, der Rakovica, ein Fiat LKW. Hä? Echt? Die, die Anhänger, weiß ich jetzt nicht. Die, was ist jetzt das? Das? Grünlandpflege, das wird wahrscheinlich irgendein Striegel sein. Der, glaube ich, ist auch neu drin. Na ja, vielleicht ist in der Schweiz auch kein Feiertag. Haha. Das kann natürlich auch möglich sein. Ich würde es gar nicht geschaut haben, wenn es gut ist. Ja, wenn es gut ist, wenn es gut ist, wenn es gut ist. In Serbien wird der Bau der Rakovica. Ja. Der schaut optisch. Ach bald, oder wie? So geht's mir optisch, schaut er gar nicht so verkehrt aus. Man, man merkt halt von der Optik her, dass er, so geht's ja mit osteuropäischer Schlepper ist. Ja. Und der hat, der hat irgendwie ein bisschen was verzettet, ein bisschen was. Bei allen ein bisschen was, oder wie? Ja, so ungefähr. Also, kein Rheinrassiker mit einem Wort, oder? So wie die Schäferhund so Rheinrassig so spricht. Nicht unbedingt, ja. 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 Sagen wir mal so, es braucht ja nur der Motor gesagt haben, okay, Montag soll er erscheinen. Egal, ob der Feiertag ist oder nicht. Nein, sie haben keinen Feiertag. Aha. Kann vielleicht sogar sein, dass die Mods eventuell sogar noch mehr werden. Ja, weil es ist erst... Na ja, halb bis sechs, da waren es schon draußen in der letzten Zeit, oder? Ja, ist aber auch schon vorgekommen, dass es erst um die Zeit angegangen ist. Ja, das ist auch schon vorgekommen. Da haben wir ein paar Chains, ja. Ich sage immer die Wege des Chains im Untergrund. Eine Kerstin Mitzkus, Servus, grüß dich. Kerstin Mitzkus, was meinst du jetzt mit, hast du ein Passwort? Ich hätte zwar kein Passwort, aber ich habe so viel Mods. Das ist nur zufällig jetzt Multiplayer gestartet, weil ich die Multiplayer-Version teste. für uns da, ob man die dann irgendwie mal spielen kann. Deswegen bin ich jetzt im Multiplayer-Version. Und weil wäre ich im Singleplayer momentan. Ich bin jetzt in der Kerstin Mitzkus. Und Servus, allem. Und Anja, tschüss dann einmal, wenn es geht. Das heißt, wir hören und zieht. Ja. Denn dann drückt ihr noch Anja. Ja, Anja. An der anderen Seite, ganz rechts raus, hat er nichts mehr drauf da. Bei mir oder was? Ja. Da hat es noch nicht gereicht. Oh ja, jetzt ist es drauf, oder? Am anderen Ende jetzt, wenn es wieder runterfasst, rechts, ganz unten rechts, hat er so ausgeschaut, als hätte er keinen Dünger draufgehauen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das kleine Stickel. Ja. Weißt du warum das war? Erwin, da ist das Getreide stehen geblieben und ich habe das vergessen. Ah so. Und jetzt habe ich das mitgeöpert, das Eckerl. Weißt du? Ah so. Das ist sicher jetzt wahrscheinlich gedüngt. Da gleich einmal. Aber da ist noch Getreide stehen geblieben. Weißt du? Da bin ich dann vielleicht schon wieder einmal. Ah, das gehört auch Wolken. Aber trotzdem normal soll ja die Textur dunkler werden. Nein, weil das ist dunkel. Nein, schau. Es ist voraus aus dunkel. Siehst du es? Das ist Eckerl. Nachher siehst du es. Nein, das ist bei mir heller. Ja, aber extrem gleich jetzt sehe ich diese Summe gleich runter. Ein paar Sekunden dauert es noch. Ja, jetzt müsstest du sehen, dass das dunkelblau ist. Das Eckerl. Dafür zeigst du die Textur nicht mehr an. Ja, genau. Da unten hast du praktisch die zweite Düngerstufe schon drauf. Ja. Darum zeigst du dir das anders nicht mehr an. Äh. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange es ist drin. Ich weiß wirklich nicht. Warte mal. Ich bin gar nicht so, dass ich die Oma war. Ich bin gar nicht so, dass das am Morgen gut. Ja. Eine Sekunde. Ich bin gar nicht so. Nein, ja. Ich kann es ehrlich nicht sagen. Aber sicher nicht allzu lange. Weil was spott ist denn jetzt. Weil was sechs, ich schätze bis um sechs, dann sind drei Stunden und sicher nicht länger. Nehm ich mal an. Aber das habe ich ja öfters gesagt. Und du auch. Naja. Dann waren wir dann schön langsam Feierabend. Schön langsam. Mhm. Und dann war plötzlich wieder eine Stunde vorbei. Ja, aber jetzt packen wir es dann schön langsam in Feier. Und wieder eine Stunde länger. Ja. Ja. Ich glaube, wir diskutieren wollten jetzt weiter, um und ja. Was ist denn? 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 Ja, bei mir bleibt jetzt die ganze Woche lang die Küche kalt. So. Immer die Entscheidungen. Okay. Gut, Merlin. Dann bis später mal. Und danke. Kai, nochmal geht die Zeit schneller rum, als man denkt. Du sagst es. Kai, nicht nur manchmal. Das ist meistens. Ja, aber ich werde mir für einen kleinen Moment einmal ausklinken. So. Ja, dann mach das. Du gehst auch nicht rauchen in mir an, gell? Ich geh mich schnell auf den Balkon hin, ja. Jawohl. Bis gleich. Bis gleich, ja wenn. Ja, Kai, du hast recht. So ist das auch. Dass die Zeit machen, als man schneller vergeht, dann nicht so schnell, dann schneller und hin. Ja. 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 Ja, ja. Ich muss... Ich muss mucksen. Was der mit meiner Telefonnummer umrennt, von links abläuft. Oh, und jetzt muss ich schauen. Hm. Mal schauen. Warte, nein. Erst in Servus möchte ich mitspielen. Vielleicht sagt mir einmal Servus. Und das ist momentan zwar auf Multiplayer, aber ist im Mod, wirst du nicht alle haben und sind viel privat. Ich teste den momentan und schaue mir gerade die Map an. Dann gehen wir kurz lighten. Ist in der Seite nicht möglich. Auch wenn ich dir das Spiel sage, dann wird man nicht reinkommen. ich denke ca. Ich bin ein Besuch. Ich bin ein Thaaale. Nichts. Ich bin ein Ich bin ein Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, das Bier. Das Haakerl vergessen. Jetzt haben sie die Walze, die Gürtlerwalze, was es gibt auf Mothab, wo sie alle waren, funktioniert natürlich wie den Multiplären. Das ist aber Mothab, haben so eine Veränderung gemacht, dass das endlich funktioniert und wenn das ganze Grundanweger dort, wo sich der Endeffekt gewalzt, wo sich gewalzt natürlich nicht. Also das ist schon teilweise echt interessant mit denen zu machen. An die, die eine Geschichte erzählen, Marvin, ich glaube, so lange hat der Didi nicht mehr Zeit. Wenn die aber in seinen Geschichten sind immer so lange, wie uns die auch. Ja. Äh. Jo. Wann schon sein, aber die kannst du aber hin genauso anhängen. Wann ja nochmal. Bei dir ist die Durst schon, aber sie ist gerade. die müssen sie gewinnen und so zusammen. Und dann, ja. Da haut sich einer ab, wenn was, wenn der Walzen. Ja. 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 Und wenn ich da vorne anhängen sollte, hinten erst wieder die Reifenspuren. Das ist egal, dass ich noch die Spuren zu mache. Na gut, weil du jetzt hinten die Reifenspuren hast da, dann weißt du wenigstens, wo du gewählst. Ja. Ja, wenn man ganz genau schaut, spiegelt sie ein bisschen. Da sieht man es auch. Da muss man immer genau schauen. Glaubt schauen, ob die wenigstens geht. Wird bei der auch ein Update gemacht haben. Die geht auch wieder nicht. Momentan tun sie mit der Update nicht verbessern, sondern verschlimmern eigentlich. Ja, sie geht nicht. Ja. Das ist, das ist aber überall zu haben. Egal, ob das bei den Scheinen ist, ob das mit Windows ist, auch jetzt ein Update macht, alles ist ja noch schlimmer. Das sind ja auch da, bei dem G-Haupt, gell. Wahnsinn. Ja. Ich habe es Gott sei Dank jetzt nicht gemacht, gell. Momentan läuft es bei mir wieder problemlos. Ja. Bei Update war. Und das hat man aber gar nicht mitgekriegt, interessanterweise, gell. Ja. Jetzt wäre es jetzt dann, wenn ich da auf meinem zweiten Rechner die neue Festplatten drin habe, dass ich wieder auf Sendung gehe kann, dann wird es wieder anders ausschauen dann. Nein, muss gar nicht sein. Wird sicher von uns... Oh. 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 Jetzt bekommst du sicher Albert. Einen wunderschönen... Servus, Albert. Albert, da kannst du aber ruhig reinkommen, oder? Also... Vielleicht, das war sowieso. Albert ist ein Teammitglied, also für die, die es nicht wissen, kann ich da wieder weinen. Ja, gut, warte. Ich kenne ja mein Glück, das ich an mir habe. Hast du jetzt schon mit dem Videosöhnchen gesprochen, oder? Hast du noch nicht erwischt? Erweint habe ich es, dass wahrscheinlich ein neuer Festplatten fällig ist. Servus. Ah, jetzt erweint mich. Servus. Ja, er muss immer auf die Tasten drücken, mach, dass du mich vergisst. Servus, Albert. Als Alter, als Alter. Er aufhört, dann wird es bei mir noch schlimmer. Ich habe mir gerade, du hast das Gesicht, ich habe mir gerade die Oberbayern angeschaut. Und dieser Web funktioniert wirklich tatsächlich nicht. Ich war es heute ein bisschen langweilig, und da ist jetzt die Multiplayer-Version heute rausgekommen. Auch bei guten Mod. Und ich habe mir gedacht, jetzt schauen wir es doch einmal an. Weil ja keiner da war. Und ich habe mir gedacht, wir haben noch Nachmittag Zeit mit dein Alter. Wir waren bei der Schwiegermänner und da habe ich es auf dem Handy kurz gesehen. Und ich habe mir gedacht, oh, die, die streamt, was macht der denn? Und ich habe mir gedacht, Oberbayern, oh, schau her. Nein, ich habe mich jetzt echt interessiert. Ich habe mir gedacht, ich muss mir das jetzt anschauen, ob das geht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, geh, nächste Woche wird wieder so blöd am Wochenende mit dem Ganzen. Und der Alex hat ja das Event, also der ADK, der Alex, der Krieger, was da war. Und dann habe ich mir gedacht, dort ist was da, übersiedeln, hat es ja keine Richtung Beule. Ich komme hinten vorne zusammen, gell. Bis da waren wir wieder bis 11 Uhr unterwegs, also bis 23 Uhr, halb oder 12 Uhr sind wir da wieder so nach Hause gekommen, den ganzen Tag unterwegs, gell. Das kann dann halt nichts werden. Ach so, die habe ich es gar nicht erzählt. Bis da haben wir den Traktor wieder gekauft. Ah, das hast du ja gesagt, da fährst du alle in Hausten gekauft, ja? Genau, ja, ja. Und hast du gerne mit Hause genommen? Ähm, jen, jen. Ich hätte ja alles mitgebracht zum Heimfahren, aber... Gedanklich hat er ihn schon daheim. Es war das Einzige, was ich mir mit ihrem runtergekommen konnte. Der hat gemacht, neue Lenkung, Betriebe neu gelagert, Kupplung bringen, also Kupplung, Drucklager, alles hat natürlich. Motor, komplettes Motor-Service. Halben, bisschen, alles schon gemacht, gell. Der gehört noch mehr, weil der hat das schon ein bisschen latiert. Aber er war noch wunderbar beinahe. Nicht einmal tellen hat er, gell. Er hat so kleine Schweißknocken gemacht. Aber ich will ihn trotzdem latieren auf Vietnam machen. Und jetzt habe ich nicht viel runterhandeln können. Das Einzige, was ich gesehen habe, ich kann ihn nicht anmelden, weil der TÜV bei euch abgelaufen wäre, gell? Weit was ich meine? Und jetzt habe ich gesagt, wenn du den noch machst, und du sagst, ja, okay, dann fahr da am Tag rein in der Früh, dann kann ich ihn mal holen. Ja, einwandfrei, was willst du denn? Wo? Ja, was weiß ich denn? Grüß dich! Einen schönen Abend. Und dafür will ich ihn nicht mitnehmen, weißt du? Und den werden wir dann wahrscheinlich auch mitbeholen, oder, weil ich möchte ihn gleich an, und dann fahr ich gleich mit den Nummern da ab. Bei uns ist das anders, wie bei euch. Bei euch sind, glaube ich, irgendwie die Zuweisung zu den Nummern, oder wie funktioniert denn das, was ich dann gesehen habe, oder ist da immer gleich Wunschkennzeichen, oder wie? Ich habe keine Ahnung. Ich war gerade in Österreich, in Bregenz. Ja, ja. Da war ein ganz anderer Typ von mir, weißt du, Sebastian. Danke für den Like, wenn du so auskommst, und du hängst auch mal auf, ob sie zu sehen. Ah, na, abo, abo ist gut. Oh, danke schön. Oh, das ist eine schöne Hügel, die ich gemacht habe. Kennst du die Warte Oberbayern, gell? Kennst du die, Albert, oder? Die MEP? Nein, ich kenne es so nicht. Die hat es in Lenzern schon gegeben, eigentlich, gell? Ja, genau, da sagt man schon was. Da habe ich es aber fast nicht spielen wollen, weil das für jeden Hub fast eigene Gebäude braucht, und da hast du ja selbst, weißt ja nicht, wie viel Mut runtergeladen, und das war in Lenzern immer kritisch. Und das war in Lenzern schon immer kritisch, weil dann alles übergegangen ist, weißt du? Die hat mir damals schon 1000, also 1, irgendwas mb gehabt, also Gigabyte, gell? Was denn? Dann war es immer kritisch mit den Cyberaufgelungen. Die hatte ich jetzt nur, glaube ich, 200 oder 320, und sowas ganz wenig. Aber sie ist komplett, ehrlich gesagt, dabei. Ich habe nur ein paar Fälle entdeckt. So schwebende Verkehrsschilder in der Luft, gell? Die hat er vergessen, soll er aufsetzen. Aber das sind... Nö, das ist aber Kleinigkeiten. Das sind Kleinigkeiten, ja. Wer da? Na, wer denn? Ich sehe es nicht, Joachim. Servus. Ich habe es nicht am Klang erkannt. Heute war schon genug, oder? Genau. Ich habe mir die Oberbayern angeschaut. Warte, habe ich das in Albert erklärt? Ich sehe es nicht. Ich habe mir noch angeschaut. Ich habe die noch zwei Multiplayer gestartet, weil die Multiplayer-Version da nicht stattdessen. Da müssen wir alle Dinge erstellen und hin und her. Ja. Ja. Grüße, Herr Hartl. Herr Hartl ist wieder da. Der ist wieder da, ja. Herzlichen Glückwunsch. Herr Hartl, schön. Ja. Du bist aber an mein Handy erinnert, gell? Ja. Nein, das ist halt extrem. Ganz extrem. Bei mir zumindest. Ich weiß nicht, bis es weich ist. Vielleicht in einem Studio. Aber das ist halt extrem. Ja. So extrem. So richtig laut. So wow, wow. Wieso? Was da am Laptop klingt? Der klingt ja nicht momentan. Da hat es wieder gespungen. Aber in 10 Minuten drehe ich jetzt, wenn man sowieso wird. Und das 18 Uhr, das sollte ich ja heute langen. Ja. Meine Töchterlein. Was ist mit dir gekommen, vielleicht? Was hat sie da? Wie ein schönes Backerl in der Hand. Mit Sicherheit nicht für mich. Vielleicht doch für dich. Nein, nicht für mich. Ist für den Schwager, wenn der Geburtstag noch heute. Aha, okay. Gehst du noch feiern oder wie? Ja. Kaffee trinken aber alle schon. Ich habe ihm seine Lieblingstorte gepräsentiert. Deine Lieblingstorte? Ach, Schwarzwälder Kirsch. Super. Warum frage ich da auch? Warum habe ich jetzt wieder gefragt? Kann man das in seiner Erd werden? Das weiß ich nicht. Das könnte ich nicht sagen. Wir haben gestern kurz Tiramisu dafür gepackt. Ja, Tiramisu habe ich auch. Wann war es? Wie lange ist es jetzt hier? Wie lange ist es jetzt hier? Vor drei Wochen. Vor drei Wochen, genau. Schön sauber in den Kühlschrank gehen und alles. Ja, gehalten. Und dann... Ja, ja. Ja, ja. Pass auf. Schöner ist ja das. Dann noch... Was war es überverstanden? Da ist er raus. Was ist geblieben? Ein bisschen wackeln da. Passt schon. Passt schon. Dabei hat sich oben nur eine Haut gebildet. Ich mache die Springform auch vom... Ich weiß sie auf der Seite rausgegründen. Dann hast du schon die Tiramisu fertig vorgekaukt, so auf die Ort oder wie? Dann habe ich es nur noch vom Tisch wischen gebraucht. Ein Strohhalm und dann... Ja, hinterher bin ich draufgekommen wie so und warum. Äh, Joachim? Ja? Ja. Kannst du nicht drunter das Seppgames gut ausschauen? Ja, ja. Warte, ob das so zu einem Schreiben geht, sonst geht es sowieso. Warte, was ihr meint? Äh, war schon, ja. Hm? Ja, ja. Das war gestern. Vorgestern. War gestern. Wo warst denn du heute? Ja? Ja. Ja. Da kann der Chris wieder lachen, gell? Ja. Erwin, wenn es einen nicht selber betrifft, kann man da immer lachen. Ja. Es ist immer der, der, der den schon hat, braucht sich um den Sport nicht zu kümmern, oder? Mhm. Ich habe alles andere als gelacht. Ich habe, naja... Ich habe gekocht, aber anderweitig gekocht. Ich hätte alles anziehen geschmissen, wahrscheinlich. Ich habe gerade gezogen. Ja? Ich war schon kurz davor, dass ich die ganzen... Das hat er doch nicht gebraucht. Das ist alles am Ton klingt. Ich war schon kurz davor, dass ich das Fenster aufmache und die Reste mitsamt der Form rausgewirfe. Aber die nächste Tiramisu, das muss man nicht mehr machen. Ich lege mir alles in eine Auflaufform rein. Kein Problem. Bastian. Da kann man zumindest nichts davon laufen dann. Ja. Da bleibt es drinnen, ja. Der Bastian hat zu uns heuer. Servus, Bastian. Und ich gehe jetzt schauen, ob ein bisschen was vor dem... Also da muss ich auch klocken. Aber so nicht. Nein, 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 nein. Das geht ja nicht los. Sind die Höfe schon fertig oder hast du da... Ja, nein. Ich habe nur da hinten... Es kann auf jeden auf zwei sein, die Silos platziert. Ich habe nur da hinten... Du siehst das nachher gleich im Stream jetzt noch nicht. Die einen Hochseller und einen Fermenter hinstellt. Nur um zu probieren, ob es geht. Die Stelle, ob es funktioniert. Das ist nur, du musst nur aufpassen, welchen hoch als du beitrittst. Das muss man zuerst als einer machen. Die ganze Höhe erstellt und dann sieht man die Farbe, wo wer hinkommt. Du weißt, das ist immer ganz schwierig. Hier was man dafür, wenn man das gespeichert, dann sieht man... Weil sonst funktioniert das nicht. Da sind Fahrzeuge fix drinnen und leider Gottes, den besitzt dann keiner und kann auch keiner verkaufen. Und da ist irgendein kleiner Földer noch das. Ja, geht schon. Bastian, ich bin nur auf Discord drauf. Nein, er bin nicht nur... Nur auf Discord. Zum... Na ja... Blödsinn verzapften. So ist es zum Quack-Quack. So wie im Unter der Woche. Ja, wir machen es. Oder? Genau. So, und ich geh jetzt schauen, ob es da ein Stückchen zugegeben gibt. Und mach genauso jetzt eine Rauch-Pause. Und... Na ja, nein. Ich würde jetzt gar keine machen, wie wenn wir das anders machen. Ihr gleich einmal abdrehen. Weil das sind eh schon drei Stunden. Mhm. Das muss irgendwann reichen. Weil ihr von Hunger danach schon langs. Gut. Weil ich sage euch was. Dankeschön für alles. Für die Tricks, für die Linz. Und die... Na, abonnenten muss. Danke. Diesen Sinne. Schöne Woche. Guten Wochenstart. Für die, was heute an Feiertag gehabt hat. Und für jenen beiden halt. Man hört sich. Zieht sich. Man... Kann ich noch nicht genau sagen. Je nachdem wie die Zeit es momentan erlaubt. Tschüss. Pfiat euch. Ciao, ciao. Servus. Pfiat euch. Servus miteinander. Tschüss. 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 Hande dich. Soief noch den Platz einspезд. T Tut munken kann. Schna management.